Na, ihr zwei? Habt ihr Oscars geguckt? Jawohl, nein. Achso, ja, ich auch nicht, aber dann kann es ja nur geil werden hier. Auf geht's. Ja, woran liegt das? Woran, also irgendwie Oscars, ne, also ich erinnere mich an Zeiten, da hat man wirklich, wirklich Jahr für Jahr sich da die Nacht um die Ohren gehauen. Dieses Jahr ja nicht. Liegt das am Alter? Liegt das daran, dass die Oscars einfach nicht mehr so geil sind? Hast du mich gerade alt genannt? Was ist da los? Genau. Take my age out of your fucking mouth. So. So, damit gleich mal die Baseline klar ist. Genau. Ja, du. Aber ich hab das Video echt häufig geguckt, muss ich sagen. Ich fühl mich jetzt voll angegriffen, ich hab nämlich greifrunden Haarausfall, nochmal so gesagt. Oh, ja, genau, ja. Aber das ist tatsächlich eine größere Kunst. Ich hab dann nochmal versucht, mir das Video nochmal zu holen und ich hab das in zigfacher Versionen noch gesehen, aber ich habe nirgendwo die unzensierte Fassung gefunden. Ah, siehste, ich hab nämlich direkt an dem Morgen, als das Video dann auf YouTube lag, unzensiert, hab ich es direkt gescreen-recorded, weil ich mir dachte, das verschwindet bestimmt. Das geht irgendwo unter und dann hab ich zumindest nochmal für die Nachwelt. Genau. Er hat wirklich was gesagt. Er hat wirklich was gesagt, genau. Ja, genau. Ja, nee, ich hab mir das direkt gescreen-recorded, weil ich dachte, das ist passiert. Dann kriegst du es irgendwie so wie dieses Ricky Gervais Ding bei den Globes so, wo er da richtig abgeledert hat. Das findest du auch nicht mehr in geiler Qualität. Also du findest es irgendwie noch, aber das ist irgendwie gespiegelt und scheiße gesoomt und der Ton ist kacke. Und ich hab mir so, was ist denn da los? Warum gibt's denn da nicht mehr das Gute in der guten Qualität? Deswegen solche Sachen screen-recorde ich mir immer dann. Ja, ist auch vernünftig so. Ist auch richtig so. Ich hab mir die Oscars ja live angeschaut und habe somit auch gesehen, wie Will Smith Chris Rock live quasi ein Ohrfeige gegeben hat. Und ja, ich bin glaube ich aber auch der Einzige hier in der Runde, der sich das live angeschaut hat. Ich war ziemlich schockiert, als es dann da losging und dann Will Smith da Chris Rock eine gegeben hat. Am Anfang hab ich ja noch so gedacht, dass das ein Boxschlag war. Aber das war es dann ja nicht, sondern es war in Anführungsstrichen nur eine Ohrfeige. Und man wusste gar nicht so genau, ja, war das jetzt echt oder war das gestaged? Aber als dann eben dieser berühmte Satz mit, ähm, take my wife's name out of your fucking mouth. Genau. Und als das Effort kam, da dachte ich, okay, hier ist nichts gestaged, ja. Das ist, äh. Und dann hab ich auch gedacht, wow, das hier ist jetzt, ähm, gewissermaßen Oscar-Geschichte. Und, ähm, jetzt nehmen wir, äh, jetzt haben wir ein bisschen Verzögerung auf. Und in der Zeit ist ja jetzt auch viel passiert. Chris Rock hat, äh, auf eine Anzeige gegenüber der Polizei, äh, verzichtet. Die Academy hat auf jeden Fall gesagt, wir werden, ähm, äh, Konsequenzen ziehen. Und noch bevor die Academy irgendwie Konsequenzen ziehen konnte, ist, äh, Will Smith, äh, aus der Academy freiwillig ausgetreten. Ja, Flucht nach vorn, ne? Ja, glaub ich auch. Also ich glaub auch, das war das Beste. Das wär eh passiert. Genau, das ist das Beste, was er machen kann. Ähm, ich hab da, äh, gestern nochmal nachgeschaut. Äh, wer waren denn jetzt eigentlich die, die jetzt von der Academy rausgeschmissen wurden? Und das waren, äh, Harvey Weinstein, Roman, Roman Polanski und Bill Cosby. Alle drei, äh, wegen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch. Auch die sogenannten Bad Boys for Life, ne? Ja. Und dann, äh, das, okay, als vierte Person noch, äh, Carmen Caridi. Carmen Caridi. Ähm, der wurde aber in Anführungsstrichen nur wegen der Weitergabe von Details über das Auswahlverfahren aus der Akademie ausgeschlossen. Aber ich glaube, so Will Smith als der fünfte sozusagen im Bunde und davon drei wegen sexuellen Missbrauch, das ist halt jetzt auch nicht das geilste Klientel, mit dem du im Einsatz genannt werden möchtest. Ne, ne, das sicher nicht. Ähm, ja, aber ich denk mir, ähm, schon richtig, also, ist, glaub ich, so der richtige Move, weil die hätten ihn wahrscheinlich eh rausgeschmissen für so eine Nummer. Ähm, gleichzeitig hat das aber, glaub ich, für ihn persönlich jetzt gar nicht so riesige Konsequenzen, abgesehen davon, dass er jetzt nicht mitstimmen kann, so, ne? Also, Mitglied in der Akademie sein ist ja jetzt irgendwie nicht so eine Riesennummer, oder? Nö, also, was heißt Riesennummer? Also, im Grunde ist es ja schon fast, äh, allgemein, dass man so der Akademie angehört, aber dass man damit auch erfolgreich sein kann, äh, zeigt ja zum Beispiel auch, ähm, zeigt ja auch zum Beispiel, warte, wer war es? George Lucas, der ja da, äh, dann sich selber da auch, äh, verwirklichen konnte und so etwas. Also, am Ende verlierst du dein Stimmrecht, aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Teilnehmende die Akademie hat, sind die nicht irgendwo zwischenzeitlich bei 5000 oder so etwas, äh, die da mit, mit Regie und, äh, Beleuchter und Schauspielenden und weiß ich nicht alles dran teilnehmen, da, da macht diese eine Stimme jetzt auch nicht den Kohl, äh, fett. Aber es ist natürlich irgendwie, glaube ich, schon, also, du bist in der Akademie oder du bist in der Akademie, ja, also. Ja, er verliert ja nicht seine Chance nochmal einen Oskar zu gewinnen. Richtig, genau. Ja, das nicht, genau, wobei natürlich fraglich ist, wie jetzt die nächsten Jahre so für ihn ausschauen werden und ob er da so ein, so ein Reputations-Bounceback erleben kann von, weil, ähm, da ist der, der Ruf schon auf jeden Fall ein bisschen ramponiert jetzt. Ich fand's ja ganz spannend, das war ja inzwischen so wirklich in allen Podcasts schon irgendwie Thema und ich fand's eigentlich ganz spannend, äh, gerade bei, äh, Late Night Berlin, ne, nicht Late Night Berlin, wie heißt er? Ja, Baywatch Berlin, genau, ähm, wo dann Klaas Holfer Umlauf und seine Kumpanen mal so ein bisschen gemuten, maßt haben, was denn gewesen wäre, wenn er sich entschuldigt hätte oder was wäre gewesen, wenn Chris Rock jetzt, äh, gesagt hätte, hier so wie Oliver Pocher, oh Mensch, ich muss hier zum Arzt und ich hab da bleibende Schäden von. Wie hätte sich das dann auf die jeweiligen Karrieren ausgewirkt, ne, also der eine hätte den Fame, der andere hätte den Blame und das hätte, je nachdem, wie sie denn reagiert hätten, jeweils anders aussehen können. Auf jeden Fall, ja, ja. Ganz, ganz spannend, ne, wenn er jetzt nur hingegangen wäre und gesagt hätte, hier, das, was du hier gerade erzählt hast über meine Frau ist ziemlich anmaßend und scheiße, dann wären ihm alle Herzen zugeflogen, ne, aber dadurch, dass er halt zugeschlagen hat, äh, sieht das ein bisschen anders aus. Ja, ich hab mich auch gefragt, also dieser Moment, ne, also erstmal, erstmal find ich's ja ganz witzig, wenn du dir dieses Video anguckst, er lacht ja erstmal. Naja. Ja, und da, ehe du dich versiehst, steht er auf der Bühne und haut Chris Rock eine runter, so, also da hat Jada ihm auf jeden Fall irgendwie einen Blick zugeworfen, so. Musst du ihm erstmal den Witz erklären. Ja, ja, ist so. Wahrscheinlich, genau. Ne, und ich frag mich halt, ich mein, du hast, also da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, also ich frag mich, was so, ob in Will Smith so ein innerer Monolog auch vor sich ging, von wegen, weil du musst ja aufstehen und dann hast du da deine, keine Ahnung, 30 Schritte bis zu Chris Rock, so, da hast du schon ein bisschen Zeit. Erstmal zu überlegen, okay, was, was machst du jetzt eigentlich, aber ich glaub, in dem Moment, wo du aufgestanden bist, musst du es da noch durchziehen, oder? Also du kannst ja da nicht auf halbem Weg Kehrten machen und sagen, ach, nee, vergiss es, vergiss es. Ja, vor allem fand ich spannend, wenn man gesehen hat, wie er da wieder zu seinem Platz gegangen ist, ne, also der war ja wirklich mit stolz geschwollener Brust, so nach dem Motto, dem hab ich's jetzt mal gezeigt, jetzt bin ich hier der Gentleman. Ja, nee, er dachte wahrscheinlich, er ist der Held hier jetzt gerade. Genau, in dem Moment hat er wirklich gedacht, ich hab hier grad was ganz Generöses für meine Frau getan. Ja, ja, man wird mich, man wird mich als Helden feiern morgen in der Zeitung, ja. Weißt du, Phil, du wolltest grad energisch da rein. Ja, also ich glaube, dass das einfach so ein, so ein, wenn einmal da die Sicherung durchgebrannt ist, dann ist die Sicherung durchgebrannt, so. Ähm, und dann denkst du da auch nicht mehr viel drüber nach, ähm, und dann ist das ein Film, der da abläuft quasi, und das war's dann. Aber, ähm, stellst du natürlich die Frage, ob dieser Film auf dieser großen Bühne hätte stattfinden müssen, auch das, es wurde dann in den folgenden Tagen und, äh, ja, schon fast Wochen drüber heiß diskutiert. In mir schlagen da irgendwie so zwei, äh, Herzen. Ob was hätte sein müssen? Naja, ob, ob er, ob er nicht seinen gesamten Gram und seine, seinen, seinen, seinen Frust und seine Aggressionen und sein, seine Wut, das ist das richtige Wort, hätte runterschlucken müssen. Ähm, als, als professioneller Schauspieler, der weiß, dass jetzt alle Kameras auf ihn gerichtet sind und auch seiner, ähm, der halt jetzt auch nicht mal der, der Schauspieler von nebenan ist, sondern wirklich ein, ein Topstar und zusätzlich eben auf dieser, also nochmal oben auf die Live-Übertragung drauf, eben bei einer Gala, wo, also, da kommt nichts mehr drüber, was für die Filmwirtschaft ist. Also, im Grunde so Top of the Pops. Ist halt schwierig. Ich glaube tatsächlich, wenn einmal da der, ähm, die, die Hutschnur durchbrennt, dann, dann läuft da echt ein Film ab. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch, tatsächlich hätte er das so, äh, äh, handeln können. Er hätte ja so viele Möglichkeiten gehabt. Er hätte, ähm, im Nachhinein, ähm, das irgendwie, äh, vorm Mikro, vor laufender Kamera sagen können, so von wegen, ich fand das nicht geil. Er hätte da irgendwie im Nachhinein dann nochmal mit Chris Rock, äh, sprechen können und im Zweifel, da ist auch so ein bisschen auf, ähm, äh, auf, auf Konfrontation machen können. Er hätte irgendwie ... Er hätte zu Oprah rennen können. Wie bitte? Irgendwann. Er hätte zu Oprah rennen können, irgendwann im Nachhinein. Ja, ist doch so. Ja, oder, oder halt, lass halt dein, dein Bitchfight auf Twitter aus, so weißt du? Das machen alle Erwachsenen so. Ja, so. Also ich meine, ne, hätte man ja auch machen können. Also ich finde, ich finde das Mittel der Wahl hier war jetzt einfach total nicht okay, so. Ähm, ich kann schon verstehen, dass der Witz dann vielleicht, ja, also, ich muss erst mal sagen, ausgehend davon, dass Chris Rock das wahrscheinlich nicht wusste, dass Jada Pinkett Smith ein Haus verleitet, wo ich mir so denke, also wir haben es ja gerade hier in der Runde auch erwähnt. Ja, du, also lassen wir, lassen wir den Gedanken mal zu, so, weil ich glaube, das war auch so das Thema irgendwie, dass er das wohl anscheinend nicht gewusst haben soll. Ähm, da denke ich mir dann so, okay, also, es ist jetzt, ich meine, weißt du, Männer leiden auch unter Haarausfall, so, und da werden halt auch andauernd irgendwie Witze drüber gemacht und so. Also, ja, also, so, so schlimm war der Witz jetzt auch nicht, dass es jetzt so eine Reaktion gerechtfertigt hätte in meinen Augen. Ja, also da jetzt hinzugehen und dem eine zu scheuern, vernachlässigt einfach auch oder lässt komplett aus den Augen auch diese ganze Debatte, die wir irgendwie über Geschlechterrollen geführt haben die letzten fünf bis zehn Jahre, so. Weißt du, ich meine, das war ja auch Teil von MeToo, dieses ganze Thema toxische Maskulinität, ja, irgendwie eine auf die Fresse hauen und einen Sportwagen kaufen, so. Und dann geht der einfach auf die Bühne so und haut dem eine runter, wo ich so denke, okay, das geht einfach nicht. Man müsste eigentlich schon unterstellen, so schlimm das auch für eine Frau sein mag, so einen kreisrunden Haarausfall zu haben, aber Jada Pinkett Smith ist ja nun doch sehr offensiv damit umgegangen. Ich meine, sie hat ja genauso gut Perücken tragen können oder so, aber nein, sie hat ihre Haare abrasiert, ist damit auch anscheinend fein gewesen, fand das alles ganz toll und hatte jetzt nicht so, man hat nicht das Gefühl, dass sie da jetzt irgendwie beschützt werden muss, so im Sinne von. Eben, genau, weil es ist ja eigentlich, nee, aber ja, aber das stimme ich dir auch in gewisser Weise zu. Jetzt findet hier gerade eine Schuldumkehr statt, das finde ich gerade ganz schwierig. Nee, nee, was denn für eine Schuldumkehr? Ja, sie ging doch damit offen um, also muss sie doch damit, also dann muss sie da auch im Mund gehen. Nein, aber aufgrund dessen, wie sie mit ihrer Erkrankung umgegangen ist, sie hat sie ja nicht versteckt, sondern sie hat sie ja auch offen zur Schau getragen in dem Sinne, meine ich, dass man da dann, na gut, natürlich Witze soll man nicht drüber machen, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn sie da anders mit umgegangen wäre und das einfach nur so ein Geheimnis wäre und keiner es wusste und sie immer mit Perücken rumrennen würde und dann so ein Witz gemacht wird, hat das nochmal einen ganz anderen Impact, weil dann wirklich die Person wirklich verletzt, aber so nach außen hin zeigt sie ja eigentlich, dass sie eine starke Frau ist, die damit kein Problem hat und sich sagt, ja Gott, dann rasier ich den ganzen Scheiß einfach ab und guckt mich an, ich bin trotzdem eine hübsche Frau. Ja, eben genau, das ist halt der Punkt, also ich finde, das ist der wesentliche Punkt, weißt du, dass sie eigentlich als so starke Frau irgendwie auftritt und schon gar nicht irgendwie so einen Will Smith braucht, der dann da hingeht und dann Chris Rock eine ballert, so. Also ich fand, das war halt so ein, also ich will sie da überhaupt auch gar nicht irgendwie mit reinziehen, weil sie hat das bestimmt auch nicht gewollt, sondern ich sehe da die Schuld ganz komplett bei Will Smith, der da einfach scheinbar nicht verstanden hat, wie solche Sachen in der Öffentlichkeit geregelt werden und dass einfach dieses Bild von dem, weißt du, Beschützer-Macho, der dann irgendwie da hingeht und dann die Ehre der Frau irgendwie mit einer Ohrfeige meint retten zu müssen, dass das einfach ein total archaisches und überlebtes, eine überlebte Vorstellung von Männlichkeit ist, so. Also für mich hat Will Smith da an der Stelle total verloren, ich mochte den immer und so, aber ich bin jetzt weit davon zu sagen, öh, jetzt will Smith canceln, so. Ja, mein Gott, da sind ihm halt mal die Sicherungen durchgebrannt, so, Leben geht weiter, aber er hat auf jeden Fall Sympathiepunkte eingebüßt bei mir. Ja, da würde ich zustimmen, ja, total. Ja, schwieriges Thema und hat natürlich irgendwie auch die gesamte Oscar-Verleihung überschattet. Ich finde das auch sehr, sehr bitter eigentlich, dass das so ist, dass jetzt alle, klar, es ist halt ein Event im Gegensatz zu den, in Anführungsstrichen, normalen Reden und Auszeichnungen und sowas, dass da ein Star den anderen auf der Bühne, ja, eine klatscht, ist halt dann natürlich etwas, worüber man eher spricht, aber trotz alledem tut mir das eben leid, weil in den nächsten Jahren wird man nicht darüber sprechen, dass, keine Ahnung, Power of the Dog abgelost hat. Man wird nicht davon sprechen, ob, wie und warum Coda der beste Film geworden ist oder überhaupt, dass das geworden ist. Man wird immer von den Oscars 2022 sprechen, wo Chris Rock geschlagen wurde. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, aber das war ja Teil von Will Smiths auch Entscheidung oder zumindest öffentlichem Statement, da aus der Academy auszutreten, um den Fokus zurückzulenken auf die Gewinner und die Veranstaltung. Wo ich so denke, ja, okay, gut, eine Woche später kannst du dir das jetzt auch schenken. Also, da wird jetzt, die Konversation wird jetzt sicherlich nicht wieder, ach so, ja, was war denn noch? Ach so, Coda hat, ach so, mhm. Na, sondern sozusagen, du haust noch eine News zu dem Thema raus. Genau, das ist quasi, die Aufmerksamkeit ist gerade so ein bisschen abgeebbt. Da haust du dann nochmal so ein Ding raus, um dich nochmal in Erinnerung zu bringen. Genau. Möglichst mit einer positiven Botschaft. Der Zug ist jetzt auf jeden Fall abgefahren. PR-technisch war das echt ganz gut gemacht. Ja, ja. Ein kleiner Rettungsversuch. Ja. Naja, das zu dem Thema. Ja, aber auch generell. Ähm, ich hab's gerade eben schon einmal gesagt, äh, Coda ist bester Film geworden. Und, ähm, ich hab den Film, äh, noch gesehen, äh, kurz, äh, vor der Oscar-Verleihung, nachdem ich da ja irgendwie mal von euch auch erleuchtet wurde, bei den Fragen von, äh, Lena. Man kann ja auch Apple TV, äh, sich auch ohne Apple-Device, äh, beschaffen. Hab ich dann einfach mal da, äh, losgelegt und mir Coda angeschaut. Ähm, ist ja ein wunderschöner Film und auch ein wichtiger Film, meines Erachtens, ähm, für, ähm, also für die, für die nicht hörende Community und so. Das ist ganz, also auch toll erzählt. Aber dass das wirklich ein, äh, bester Film geworden ist, uiuiui, da tue ich mich wirklich schwer. Und ich vermute, da ist wieder das Wahlverfahren, ähm, äh, ja, wieder zum, zum Tragen gekommen. Weil, äh, wenn man dort, wenn, wenn die Teilnehmenden von der Academy dort ihren besten Film tippen, schreiben sie ja nicht nur einen Film auf und das war's, sondern sie geben ja immer eine, so eine Art Top-Fünf ab. Und wenn quasi deren erster Platz nicht eben auch in den, in den Top-Reihen der, der Gesamtsummen sozusagen hineinfallen, ähm, dann werden ja deren Zweitstimmen genommen und auf die verbleibenden Filme verteilt. So, und, äh, ich vermute, ähnlich wie das auch bei, ich glaub, bei Green Book haben wir schon mal darüber diskutiert, dass das einfach so ein Konsensfilm halt. Genau, so ein Konsensfilm ist, der, wo viele einfach sagen, der ist schön und der ist auch wirklich schön. Also, so ist es nicht. Und er erzählt eine wichtige Geschichte und sie ist auch gut erzählt, sie ist dramatisch und realistisch zugleich erzählt. Also, toller Film, aber bester Film des vergangenen Jahres. Hui, hui, hui. Ja, letztes Jahr hatten wir ja auch schon einen Film, der das Thema Gehörlosigkeit hatte, der als Best Picture nominiert war. Vielleicht war das jetzt so, ne, die späte Rache in dem Sinne quasi. Letztes Jahr ist es nicht geworden, dieses Jahr ist das dann geworden. Ja, aber da denk ich mir so, ich hab Coda jetzt nicht gesehen, deswegen rede ich jetzt hier tatsächlich so ein bisschen, ähm, unfundiert vor mich hin, aber ich fand Sound of Metal war halt einfach ein Film, der es wahrscheinlich eher verdient hätte, vor allem auch für den Nebendarsteller Oscar. Da hat ja auch der Typ irgendwie einen Coda gewonnen, wo ich mir so denke, ey, Paul Rassi letztes Jahr war halt so krass, so krass, dass er es halt auch verdient. Also, es ist jetzt, wie gesagt, Äpfel mit Birnen vergleichen und so, aber ja, also, sehe ich den Zusammenhang nicht zwischen den beiden Filmen. Das will ich dann eigentlich zum Ausdruck bringen. Ja, ansonsten, wenn man jetzt mal so über die Ausgezeichneten und so hinweg schaut, war für mich, um ehrlich zu sein, jetzt nichts dabei, was irgendwie so mindblowing war oder so, sondern alles eigentlich relativ, äh, ja, vorausschaubar. Wir kommen in wenigen Minuten auch nochmal zu der Auslobung des Oscar-Gewinnspiels, was wir gemacht haben. Da zeigt sich das auch nochmal sehr stark, wie in Anführungsstrichen einfach das war. Ich war ja so ein bisschen gespannt, wie das war mit, ähm, äh, oder werden könnte mit den acht Auszeichnungen, die pre-recorded waren. Es gab ja acht Auszeichnungen, die eine Stunde vorher schon in, ähm, dem, in dem, in dem Dolby Theater, äh, vergeben wurden, aber noch nicht live gebroadcastet wurden. Und dann wurde das einfach zusammengeschnitten und dann einfach bei den Oscars reingespielt, bei der, äh, TV-Übertragung. Und ich muss sagen, also die Oscars waren die letzten Jahre schon ziemlich hektisch. Und das hat denen nicht einen Abbruch getan, sondern echt da nochmal Benzin ins Feuer reingeschüttet. Ich fand das dieses Jahr extrem anstrengend, mir die Oscars anzuschauen. Es war wirklich zack, 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 äh, hier, kurze Rede oder kurze Laudatio, boof, Oscar, ähm, zack, gleich nächstes. Jetzt schneiden wir hier mal kurz nochmal was rein. Das ist so ein 30 Sekünder, keine Laudatio, einfach nur in die Oscar goes to boof, hier, Dankeschön, Mutti, boof, nächster, oh, ich fand's anstrengend. Heidi Nye, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Ähm, ja, ja, kann ich nichts zu sagen. Ja, 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 darum, äh, so, das, das ist so das eine. Was ich sehr gut fand wiederum war, ähm, die haben ja immer so ein Memoriam, also Filme, äh, Schauspielende, die gestorben sind im vergangenen Jahr, wo dann denen, ähm, nochmal gedacht wird. Und das war die letzten Jahre ja immer ein ... Filmschaffende. Filmschaffende, du hast vollkommen recht, Filmschaffende, also auch Leute hinter der Kamera oder auch, äh, berühmte Sound-Effekt-Designer und ähnliches. Ähm, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Und die, das war ja immer eher traurige Musik und eher so bedächtig. Und, äh, dieses Mal haben sie es mit dem Gospel gemacht. Also, äh, nicht, äh, trauern, ähm, dass sie gegangen sind, sondern feiern, dass sie da waren. Das fand ich mal ein, ich muss sagen, erfrischendes Konzept, äh, weil, weil das eben auch, ja, ja, was anderes ist. Und tatsächlich auch wieder so ein bisschen interkulturell, äh, ist, weil in vielen Kulturen ist es halt so, dass man, ähm, eine, eine, eine verstaubene Person eher feiert wird für ihre Leistungen. Ähm, fand ich tatsächlich sehr schön. Und, ähm, ärgerlich fand ich da wiederum so ein kleines Stück, dass, ähm, äh, dort bestimmte Personen hervorgehoben wurden, die haben eine kleine Extra-Laudatius bekommen. So, und da sag ich so, ein Mensch hat irgendwie zur Filmwirtschaft beigetragen, egal wie groß oder wie klein. Und da sollten alle gleich berechtigt werden. Das ist so ein Ding, wo ich, ja, so ein bisschen, ja, sonst waren da, klar, du hast dann vielleicht mal mitbekommen, dass es so, äh, aus dem Off-Applaus gab, ähm, der bei bestimmten Personen mehr aufbrauste. Ähm, aber es war meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, die letzten Jahre nicht so, dass, äh, mitten in die, in Memoriam in der Szene auf einmal quasi der, der Name und das Gesicht länger eingeblendet wurde. Und ein, eine eigene Person vor die Kamera trat und nochmal irgendwie so 30 Sekunden etwas über die Person sagte und nochmal besonders hervorhob. So, nee, das nicht. Aber es war ja früher auch schon so, dass dann, ähm, manche wirklich berühmte SchauspielerInnen dann auch tatsächlich länger gezeigt wurden als jetzt, was weiß ich, ein super toller Beleuchter oder sowas. Ja, oder halt dann auch noch einen Clip bekommen haben, der da so mit reingewoben war oder so, also. Was ich da immer schön fand bei den In Memoriam, äh, war immer, dass dann, dass es dann auch teilweise welche gab, wo dann Personen beklatscht worden sind, äh, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Was weiß ich, irgendwie ein toller Cutter oder eine tolle Kostümfrau oder so, dass man dann, ne, so dieses Gefühl hat, oh ja, das ist irgendwie so echt so eine Community, wo es dann nicht nur so ist von wegen, wer ist hier der Geilste und wer ist hier der Coolste, sondern dass dann auch mal tatsächlich die Leute gewertschätzt werden, äh, Posthum, die dann eigentlich nicht im Rampenlicht gestanden haben. Ja, 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 also, äh, fand ich da schon schwierig, jetzt wurde da halt tatsächlich nochmal der, äh, Finger draufgelegt, fand ich ein bisschen komisch. Aber es ist doch jedes Jahr so, dass dann auch, ne, man wartet doch immer darauf, ähm, wer ist denn jetzt der Letzte, den sie zeigen? Das ist doch eigentlich immer so der, wo man immer so sagt, ja, kann man objektiv sagen, das ist so grundsätzlich der größte Verlust für die Filmwelt dieses Jahr, finde ich. Und wer war's? Ja. Ja. Okay. Verloren. Ja. So. Naja. Ähm. Da hat Phil gerade geschlafen. Ja, nee, ich, 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 ich wüsste es jetzt auch so aus dem Kopf nicht, ähm, das ist vielleicht dann auch. Kann man ja immer drauf wetten, ne, aus so Online-Portalen, der als jetzt das gezeigt wird. Ja, aber das, 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 das ist ja richtig fies dann, sowas macht man nicht. Ja, gut, ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde die Person dann extra dafür getötet werden, sowas. Ich meine, ist schon. Vielleicht. Ist dann, ist dann meist eh schon tot, so, also. Wer weiß, in der heutigen Welt, ja. Ja. Ähm. Ja, äh, aber tatsächlich, um mal so auf die Grundfrage zurückzukommen. Mit der du auch eingestiegen bist, äh, Michael, die ist ja noch gar nicht geklärt. Warum klappt das mit den Oscars nicht? Also, warum auch, es ist ja nicht nur bei, bei, äh, dir und bei euch so, ähm, sondern es ist auch so ein generelles Ding, ähm, dass irgendwie so ein bisschen die Luft aus den Oscars raus zu sein scheint. Ich hab da. Ich würd's auch ein bisschen umdrehen tatsächlich, also gar nicht, dass es so nicht nur bei uns so ist, sondern vor allem bei uns auch. Also, weil das Otto normal sich nicht für Oscars interessiert, ja gut, das eine Sache. Aber ich hab auch so das Gefühl, dass Leute, die die dann irgendwie immer jahrelang auch verfolgt haben und geguckt haben, auch mittlerweile so, pff, ach. Da könnte ich meine Anekdote erzählen, als ich gehört habe, äh, Will Smith ist nominiert für King Richard. Da war bei mir der Gedankengang, King Richard, das ist doch Shakespeare. Hä, hatte mich ja nicht letztens erzählt, dass Denzel Washington auch irgendwie Shakespeare gespielt hat? Ist das jetzt so ein Trend unter schwarzen Schauspielern, dass die jetzt Shakespeare spielen und dafür dann sogar einen Oscar kriegen? Ja, stellt sich raus, nein. Ja, offensichtlich geballte Filmkompetenz. Also, so bin ich im Thema Film drin, wirklich. Ja, ja, okay, gut, vielleicht muss ich meine Frage dann auch zurückziehen, dass das auch bei uns der Fall ist. Vielleicht sind wir da auch, ja, sollten uns von Otto normal auch nicht außen vor nehmen. Ja, aber es ist ja tatsächlich ein Stück weit so. Ich hab nochmal bei Twitter nachgefragt am Oscar-Tag, zugegeben, da ist jetzt nicht eine repräsentative Menge bei rumgekommen, aber knapp ein Drittel sagten dann doch, also es gab die Frage, schaust du dir die Oscar-Verleihung live an? Und es gab die Option, sicher, Zusammenfassung reicht und Oscars sind überholt. Und knapp ein Drittel sagte halt tatsächlich, die Oscars sind überholt und auch nochmal ein Drittel sagten, ja, mir reicht die Zusammenfassung. Im Gegenzug nur ein weiteres Drittel aus unserer Nerdtalk-Twitter-Filmbubble sagte, nö, nö, ich guck mir die an, die Oscars und zwar live. Und der Rest sagst du, ja, nee, eigentlich bin ich da nicht so gekickt und insbesondere dann davon halt auch ein sehr, sehr großer Teil sagt, nee, eigentlich das Prinzip Oscars ist überholt. Das ist nicht mehr aktuell. Ja, wobei, was heißt überholt? Also es ist jetzt nicht so, also ich finde halt die Antwortmöglichkeiten komisch, weil, was heißt denn überholt? Also nicht mehr zeitgemäß oder was, weil ich meine, letzten Endes ist die höchste Auszeichnung der Filmwirtschaft, ist ja jetzt nicht so, als ob Filme irrelevant geworden wären oder so und dass Preisverleihungen irrelevant geworden wären. Deswegen ist überholt da irgendwie so ein komischer Begriff eigentlich, weil die Frage ist, was, was wäre es dann stattdessen, wenn die Oscars überholt sind? Ja, aber man bekommt ja auf jeden Fall mit, wir drei als Film-Nerd sozusagen sind da jetzt auch irgendwie so ein bisschen abgestoßen. Du, Andi. Abgestoßen? Oh, ich bin abgestoßen. Aber tatsächlich, ich erinnere mich halt noch, auch Facebook hat mich da vor einiger Zeit daran erinnert, wie wir uns alle zum Beispiel bei Aileen getroffen haben und da ein riesiges Fest draus gemacht haben und alle zusammengekommen und Oscars auf jeden Fall must und wir haben uns alle Urlaub genommen und weiß ich nicht alles. Und jetzt ist es so, ja, ach so, huch, hier werden Oscars verliehen oder, ja, ich bin eigentlich anderweitig unterwegs und ich habe gar keine Zeit oder gar keine Möglichkeit mir die Oscars anzugucken. Das wären halt solche Dinge gewesen. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für uns drei, sondern auch generell, das hätte es früher so nicht gegeben. Und ich frage mich halt, woran liegt's? War tatsächlich vor zehn Jahren die Oscar-Verleihung, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, anders oder pompöser oder sowas? Die war doch im Grunde da schon genauso, vielleicht jetzt nicht so radikal, aber am Ende dann doch auch schon auf Auszeichnung, Auszeichnung und Quote getrimmt. Ja, also ich suche da das Problem tatsächlich bei mir, glaube ich. Also ich würde die Oscar-Verleihung an sich dann nicht anmahnen für, sondern man würde einfach irgendwann erwachsen und denkt so, ach, irgendwie ist mein Schlacht schlaft dann doch wichtiger, als jetzt irgendwie zu gucken, wer da jetzt für irgendeinen Film, den ich nicht gesehen habe, eine Trophäe abgreift. Vor allem, es ist ja nicht so, als ob so von wegen so Once in a Lifetime und überhaupt, sondern ich meine, wachst halt morgens auf, guckst es nach, kannst im Zweifelsfall die komplette Sendung nochmal irgendwo nachgucken. Also, ja, es ist mein Fehler, es ist mein Problem. Bei mir wären es wahrscheinlich so, weiß nicht, was hatte ich gerade, drei Punkte. Zum einen, ich gucke einfach wesentlich weniger Filme, ich gucke fast ausschließlich Serien. Und es gibt Serien, komme ich nachher auch noch zu, wo ich dann denke, oh, sowas will ich wirklich als Serie sehen und nicht als Film, weil das kann ein Film einfach nicht leisten. Dann, naja, nächster Punkt wäre so, ich habe das Gefühl, die Oscars werden auch im Vorhinein immer mehr zerredet. Früher war das einfach so, bumm, das sind hier die Nominierten, heute heißt es dann, ja, da sind aber zu viel Schwarze, da sind zu viel Weiße, da sind zu viel Asiatische und das erste Mal hier und das erste Mal da und lasst uns nochmal diskutieren und wie ist das und wie sehen wir das? Wo ich dann denke, Leute, ey, macht es doch einfach, guckt es euch doch einfach an, zerredet doch nicht immer alles. Das ist so, was mir so ein bisschen den Spaß raubt. Einfach angucken und dann nicht denken, ja, muss man jetzt darüber reden, oh, und mein Punkt. Ja, also das ist tatsächlich mir auch aufgefallen, insbesondere, also dass die noch politischer geworden sind. Also das vor, zumindest ist es so mein Gefühl, dass jetzt tatsächlich an vielen Stellen darauf geachtet wird, eben auch den durchaus guten gesellschaftlichen Strömungen gerecht zu werden und dort irgendwo auch ein Statement sozusagen zu setzen. Und manche Nominierungen, manche Auszeichnungen ist gut, dass sie, dass dieses Statement einfach auch rausgebracht wird, dass damit zum Beispiel auch Gehörlose oder asiatische Personen in der westlichen Welt auch in der westlichen Filmwirtschaft ankommen. Das ist wichtig, aber irgendwo hat es auch für mich immer so ein Gefühl, dass es mehr ein Statement ist, als dass es eine wahrliche Auszeichnung in der jeweiligen Kategorie ist. Das ist insbesondere jetzt bei Coda, wo wir ja gerade eben schon waren, dass das eher so ein gemeinsamer oder so ein kleinster gemeinsamer oder größter gemeinsamer Nenner ist, als dass da wirklich die krasse Filmkunst ausgezeichnet wurde. Und das habe ich zumindest die letzten Jahre so gefühlt, dass das immer mehr zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ich finde vor allem, dass es, die setzen kein Statement, sondern es ist eher so ein, ja, wir müssen das jetzt irgendwie so machen, weil es von der Öffentlichkeit irgendwie so erwartet wird. Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ja, ist halt schwierig, ja. Würde ich schon sehen, so. Ja, aber irgendwie, also schreibt das gerne mal in die Kommentare, wir kommen gleich auch nochmal zum Feedback. Wir sehen eure Kommentare und tatsächlich würde ich das gerne mal in einer kommenden Sendung aufgreifen, wie ihr das so empfindet. Ähm, vielleicht stochen wir auch komplett mit Begründungen im Nebel und bei euch gibt's Begründungen, die ganz anders sind. Würde mich aber wirklich mal interessieren, weil ich war echt an den Zahlen so ein bisschen überrascht, sozusagen, dass knapp ein Drittel sagte, ja, Oscars interessieren mich nicht. Und weiteres Drittel sagt, ja, nee, Oscars, guck ich mir eine Zusammenfassung an, das war's. So, vielleicht werden wir alle älter. Dann stellt sich aber die Frage, sind die Oscars für die jungen, also wir waren ja auch mal jung, so. Ach, nein, lange her. Again, take my age out of your fucking mouth. Ja, aber es stellt sich dann ja tatsächlich die Frage, was machen die Oscars falsch, also sind wir, ähm, ähm, sind wir irgendwie eine andere Filmwelt gewohnt, sind die Oscars zwischenzeitlich uncool geworden? Was ist denn mit den, äh, keine Ahnung, Mittzwanzigern, Anfangdreißigern? Oscars im Boomer-Kram. Ja, ja, so. Oh, da, oh, ich merke gerade, mir sprießt noch eine, äh, weitere, ein weiteres graues Haar sprießt mir gerade aus meinem Kopfhörer aus, ey. Aus der Brust. Ja, ja, also, ähm, äh, äh, schreibt das in die Kommentare, nehmt uns da mal mit, ähm, auf eure Gedankenwelt und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Nehmt uns mit auf eine gedankliche Reise. Ja. Ja, oder, oder ruft auf unserem, äh, Dingsbums hier an, auf unserer WhatsApp-Sprachbox oder was auch immer. Ja, genau. Na, die gibt's ja auch noch. Genau. Und wir haben noch eine Voicemailbox und weiß ich nicht mehr. Oder auf Slack oder auf Discord, könnt ihr auch, und Instagram haben wir auch noch. Und bei Twitter könnt ihr euch auch noch melden. Bitte, 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 wir haben keine Freunde. Ja. Ne, aber tatsächlich, äh, mal, vielleicht ist das auch so ein Thema, was niederzuschreiben, ganz schön aufwendig ist, ähm, einfach eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwie auf die Voicemailbox sprechen. Einfach mal einen emotionalen, affektierten. Beitrag reinbrüllen. Wo ich gerade Instagram sage, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich hab heute bei mir auf meinem privaten Instagram-Channel ein Foto von unseren Badezimmer-Kakteen gepostet. Das fand ich ganz spannend. Da hat dann nämlich einer von meinen Followern geschrieben, die sehen aus, als wenn man, äh, das mit Chris Rock und, äh, Will Smith nachstellen würde. So ein Reenactment. Weil der eine wächst irgendwie in die eine Richtung, der andere wächst ihm hinterher. Das sieht so aus wie dieser Moment, wo er eben ordentlich die Schelle verpasst hat. Muss ich wirklich sagen, ja? Was war das mit den Kakteen? Kann man drin sehen? Ich hab ein Foto von Kakteen gemacht. Die wachsen beide sehr wild. Ach, das war dein Foto? Genau, das war mein Foto. Das wächst in die eine Richtung und der andere wächst quasi dem hinterher. Ja, und das sieht so ein bisschen aus, hat einer meiner Follower geschrieben, als wenn, äh, Will Smith, äh, Chris Rock gerade eine runterhaut. Konnte ich auch nachvollziehen. Ja, ich hab das Foto auch gesehen, ähm, fand aber, es sah beides aus wie so Dödel, ne? Ach so. Da muss man, so ehrlich muss man sagen. Wie gesagt, das ist bei mir im Badezimmer, ne? Ich zieh da immer Vergleiche. Ja. Okay. Tut da eure Sachen, bitteschön, viel Spaß. Ja, ähm, ähm, kommen wir lieber wieder zu Statistiken von, äh, dem Oscar-Tippspiel. Besser ist das, ganz genau. Nein, also, ähm, wir haben ja, äh, wieder ein Oscar-Tippspiel gemacht und, äh, dieses Mal haben, äh, 440 Teilnehmer, äh, Personen teilgenommen. Ähm, was, äh, ein bisschen mehr ist als im vergangenen Jahr und uns natürlich besonders gefreut hat, weil wir ja, äh, für jede, äh, Teilnahme 50 Cent an die, ähm, Aktion Deutschland hilft, Nothilfe Ukraine gespendet haben. Und das ist tatsächlich auch der richtige Begriff. Wir haben das schon gemacht. Wir haben da nicht irgendwie gewartet, sozusagen, ähm, bis wir irgendwie die finalen Werte hatten, sondern bereits, äh, Anfang März haben wir da schon einen, einen groben Abschlag hin überwiesen, ähm, sodass dort sofort und unmittelbar geholfen wurde. Und, äh, es ist natürlich richtig erfreulich, äh, dass wir jetzt nochmal ein bisschen was nachüberweisen konnten. Wir haben schon Anfang März 200 Euro rübergeschickt. Jetzt sind sogar noch ein bisschen mehr geworden. Das ziehen wir nochmal nach. Und, ähm, alleine dafür schon vielen Dank für die vielen, vielen teilnehmenden, äh, Personen. Ähm, das fühlt sich auch ein Stück weit gut an, äh, da dann nochmal so einen separaten Bonus dran zu hängen, neben den, äh, Gewinnen, die wir natürlich irgendwie auch nochmal, äh, ausgelobt haben. Und, äh, dieses Mal gab es ja wieder ein, äh, Apple TV 4K zu gewinnen. Und, äh, letztes Jahr hatten wir genau eine Person, die, äh, alle, oder die, die, die die meisten Tipps richtig hatte. Ich glaube, das waren irgendwie 21 Kategorien von 23. Dieses Jahr war das alles ein bisschen komplizierter, denn tatsächlich waren es sieben Leute, die am Ende, ähm, äh, 22 richtige Tipps hatten. Also, äh, nur eine Kategorie jeweils falsch hatten. Hui. Äh, äh, das ist schon, das ist schon ein echt dickes Ding, muss ich sagen. Ähm, ich hab dann auch mal, äh, nachgefragt und, ähm, einer sagte dann so, ja, also, es war nicht besonders schwer. Man hat sich, das war alles relativ, äh, vorausschaubar. Ähm, kann ich jetzt schwer sagen. Ich hab irgendwie nur elf richtige Tipps gehabt. Was, die Oskar? Die Oskar, ne? Die Oskar, ne? Wir haben so viele Anlass, ne? Überhaupt nicht. Also, ich fand ja das, was Lukas da gepostet hat, was wir dann ja auch, äh, gepostet haben, eben das Meme mit der Will Smith-Schelle, wo dann auf, äh, Chris Rock mein Tippzettel und obwohl Smith-Oskar-Gewinn der 2022 steht, fand ich sehr akkurat. Das ist so, nee, du denkst, du hast richtig geraten hier. Pack. Bullshit. Ja, also, es ist so, dass, äh, durchschnittlich, ähm, auch, äh, nur, äh, 8,5 richtige Tipps abgegeben wurden, aber auch das ist eine Verbesserung im Gegensatz zu letztem Jahr. Ähm, also, es, in allen Bereichen ist, ist, ist das Oskar-Tippspiel, ähm, ein Stückchen besser zu Ende gegangen und das scheint tatsächlich, in Anführungsstrichen, leichter gewesen zu sein. Letztlich, äh, haben wir dann den, ähm, Zufallsgenerator angeschmissen und aus den sieben, äh, möglichen Gewinnern dann einen Gewinner rausgefischt und das ist, äh, Gregor. Gregor, äh, bekommt also das Apple TV 4K. Ähm, herzlichen Glückwunsch, 22 richtige Tipps, das ist schon krass, das ist schon echt krass. Ähm, ja, und dann, äh, jetzt alle Gewinner zusätzlich nochmal vorzulesen, wird ein bisschen viel. Glückwunsch auf jeden Fall an die, die noch ein, äh, die, äh, einen der zehn Jahreszugänge zu Shelf Plus gewonnen haben. Shelf, dürftet ihr so aus den letzten zwei, drei Sendungen schon kennen, ist ja ein Empfehlungsservice, wo, äh, man im Grunde so seine, seine Lieblingsfilme und seine Genre Lieblinge hinterlegt und dann bekommt man für Mediatheken, aber auch für Streaming-Services wie Netflix und so etwas eben, äh, Filmtipps und häufig auch abseits des klassischen, Blockbuster-Mainstreams, ja, und bei Shelf Plus, ähm, werden dann die Empfehlungen noch, ähm, deutlich detaillierter, noch mehr personalisierter und, ähm, das ist generell schon in der Basisversion ein ganz guter, äh, Service, mit der Plus-Version natürlich dann für diese zehn Personen nochmal so richtig hochgepimpt. Auch da einen herzlichen Glückwunsch. Und wir hatten ja nochmal, äh, fünf Blu-Rays, äh, verlost von unseren, also, es sind die Top-Five Blu-Rays aus unseren Top-Fünf Sendungen, ja. Was wäre eine Nerd, was wäre Nerdtalk und eine Top-Five ohne die Truman-Show, ohne die fabelhafte Welt der Amelie, ohne Children of Man, ohne Ex Machina oder Mama Mia, ja, und die haben wir uns auch verlost. Ähm, auch da... Ein buntes Potpourri. Ein richtig buntes Potpourri, sag ich dir, ja. Ähm, auch dafür einen herzlichen Glückwunsch. Ja, und das war's dann mit dem, äh, Oscar-Tippspiel. Nächstes Jahr geht's dann wieder weiter. Und, äh, wer dann Bock hat, da noch, äh, weiter fleißig zu tippen, ähm, das Besuchertippspiel läuft immer weiter, wenn ihr also, ähm, Filmstarts in den Kinos tippen möchtet und dort schätzen möchtet, wie viele Leute gehen am Startwochenende in den entsprechenden Filmstart. Dann könnt ihr da mitmachen und auch da gibt es dann diverse Gewinne. Amazon-Gutscheine, auch da gibt es Schelf-Plus-Jahreszugänge zu gewinnen. Also, wer, wer in Zockerlaune ist, wird auf Nerd Talk auf jeden Fall glücklich werden. Auch nach vorne hin. Ja, ganz genau. Michael, wie sieht's denn bei dir aus? Äh, ich hab vor kurzem mitbekommen, du bist bei Hördel immer noch fleißig aktiv. Jetzt, äh, haben wir ja letztes Mal über dich abgelästert. Ja, hab ich... Hördel, Hördel, ich weiß es doch nicht. Ja, da wollte ich dem, für Andi, aber auch so von wegen, ja, Micha postet immer nur, wenn er das richtig hat, so. Ja, also erst mal poste ich's überhaupt mal, ja. Ich hab deine Ergebnisse ja noch nicht so häufig gesehen, Andi. Du, ich mach's doch gar nicht. Ich muss mal so gesagt. Ich poste es ja, siehste. Wenn ich, wenn ich spiele, hat schon verloren. Genau. Und, ähm, und zweitens Mal, äh, hab ich auch schon mal Sachen gepostet, wo ich's nicht wusste. Also, so ist es nicht. So ist es nicht. The only way to win is not to play. Ja, ja, stimmt. Na, welcher Film, welcher Film, welcher Film? Ja, Wargames. Gut. Hast schon häufiger hier gebraucht. Den hätten wir mit verlosen müssen. Ähm, ja, naja, anyway, ja, Hördel bin ich noch, bin ich noch gut unterwegs. Ganz witzig. Manchmal aber halt auch Totalausfall, weil ich bin halt kein Radiohörer, so. Macht ihr denn auch dieses Neue mit den, äh, Filmszenen? Genau. Ja, framed. Genau, das, das ist nämlich so, das war jetzt nämlich so meine Überleitung sozusagen. Denn, ähm, ich hab das jetzt am vergangenen Wochenende kennengelernt. Framed.wtf, also, äh, gerahmt.wtf, ähm, ist quasi, ist, ja, ist, ist, äh, das, ähm, ist das, äh, wie heißt das, Wördel für Filmfreaks, denn dort werden einem, äh, fünf Filmstills, also Szenenbilder gezeigt. Nicht, äh, keine, keine Bewegung, sondern einfach nur stille, ähm, Abbildungen von einem Film. Und man muss raten, welcher Film das ist. Und im Gegensatz zu den Problemen, die du da hattest, äh, Micha, bei, äh, Hördel oder Hirdl, ähm, wo ich auch tatsächlich ziemlich viele Titel nicht kenne und deswegen irgendwie auch meine Lust daran verloren habe, ist das bei framed.wtf deutlich anders. Also, ich, 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 ich bin da so aktuell täglich dran und bisher konnte ich nur einen Titel, hätte ich fast gesagt, einen Film nicht lösen. Hm. Ja, ja, ich hatte ja erwartet, also das, was ja ein bisschen komisch ist, also ich kann schon verstehen, das Spielprinzip so, aber was ein bisschen komisch ist, ist, dass, äh, wenn du es, also du kriegst ein Frame gezeigt, dann errätst du es nicht und dann wird dir quasi ein anderer Frame aus dem gleichen Film gezeigt. Äh, war ich irgendwie erstmal verwirrt. Ich dachte so, hä, ist das jetzt ein neuer Film oder was? Also ich hab's, ich hab's erstmal irgendwie nicht gecheckt, weil ich erwartet hatte, dass ich quasi fünf Versuche hab, den Film aufgrund dieses einen Frames zu erraten. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Genau. Du bekommst immer fünf neue oder vier neue Frames, auch nicht immer nach, ähm, Schwierigkeitsgrad sortiert. Also, teilweise hab ich dann einen Film, ähm, identifizieren können und hab dann, äh, mir das den vierten oder fünften Frame mal angeguckt und hab so festgestellt, holy, das ist, ähm, die, 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 die folgenden Stills sind deutlich weniger aussagekräftig als das, was mir als drittes vorgesetzt wurde. Ähm, also von daher, hm, aber es macht Spaß. Es macht mega Spaß und, ähm, vielleicht, wenn ich Wördel nicht mitnehme und den Hördel nicht meinen Liebling finde, machen wir einfach Framed. Ich, 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 ich werd fleißig posten. Ja, ja. Ja, ich find das auch ganz witzig, aber irgendwie, wie viele, wie viele von diesen Sachen kann man machen? Also, ich mach nur eins. Ich bin irgendwie, nee, ich bin irgendwie bei, bei Hirtl bin ich irgendwie drin, so. Also, ich war, wobei Framed, ja, hab ich jetzt auch mal gemacht. Habt ihr heute mal richtig einen reingedrückt, hast du gesehen, ne? Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen, ja. Ja, lass uns battlen, mein Lieber, lass uns battlen. Bei, bei Framed fühle ich mich sogar dir ebenbürtig, hätte ich fast gesagt. Oh. Bei Musik, bei Musik hättest du, wirst du mich sowieso abziehen. Mhm. Ähm, aber bei Filmen, lass uns battlen. Naja, dann schauen wir mal. Ich zieh dich ab, ich sag's dir. Schauen wir mal. Ja. Ja, so viel also dazu. Und, ähm, ja, ich seh hier irgendwie noch einen Punkt bei uns auf dem Konzeptzettel, ehe wir über Feedback und dann Filme sprechen. Ach du, das ist nicht so richtig. Das ist nicht so richtig. Nee, ist nicht so wichtig, sag ich. Ach so. Ja, gut, okay. Ja, nee, also, ich erzähl nur, wenn du eine coole Brücke baust. Ja, ich hab Paul Bettany auf dem Klo getroffen. Was? Was soll's, ja. Ja, ich stand da so, hab mir die Hände gewaschen, auf einmal steht er da, also Paul Bettany, für die, die es nicht wissen. Ich dachte so, ich bin auf den Namen nicht gekommen. Ich dachte so, der heißt doch Warren irgendwas. Und dann hab ich da irgendwie mir den Finger blutig gegoogelt und bin dann nicht drauf gekommen. Und dann dachte ich so, Moment, woher kenn ich ihn denn so? Und das ist so eine Fresse, die hat man echt schon häufiger gesehen. Und dann kam mir halt so, WandaVision. Oh nee, ich bin eigentlich tatsächlich über Ritter aus Leidenschaft bin ich drauf gekommen. Aber dann dachte ich so, ach klar, WandaVision. Da spürt doch hier Dingsbums hier, The Vision spürt er doch. Ja, und ja, und den hab ich auf dem Klo getroffen, hat sich neben mir die Hände gewaschen. Und wenn ich auf den Namen gekommen wär, so ad hoc und nicht hier, ach hier, du bist doch Warren irgendwas. Ich fand dich super in Love Actually und dann ist beides falsch. Da dachte ich, du hältst einfach die Schnauze. Hast du ihn so angesprochen? Nein, du hast dann... Nee, 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 hab ich nicht. Ja, ich wollte grad sagen, das wäre jetzt nicht super... Nee, nee, ich dachte so, ah okay, ich weiß, wer du bist. Aber ich krieg jetzt keine saloppe Anrede hin und dann lassen wir es jetzt an. Na, auch hier. Ja, na, auch hier, genau, ne? Ja, winkeln, ne? Bist du so einer, der tatsächlich, wenn er da Personen sehen würde, die auch ansprechen würde? Bist du so ein Promi-Ansprecher? Ich sag mal so, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie bekannt die Person ist. Wenn das so eine mega bekannte Person ist, dann nicht. Weil dann denk ich mir so, okay, die erkennt halt auch wirklich jeder. Aber ich würde Personen ansprechen, die nicht so wahnsinnig bekannt sind, wo man dann so hingeht und wo man dann denkt, okay, die freuen sich dann, wenn man sie vielleicht erkennt und dann irgendwie auch noch einen Film rauskramt, der jetzt vielleicht nicht mega bekannt ist und sagt, ah hier, ich fand dich total cool in dem und dem Film und so. Dann schon, aber wenn das jetzt halt so eine bekannte Person ist, also jetzt so ein Paul Bettany, das ist schon ein bisschen zu bekannt, würde ich sagen, um da jetzt irgendwie ein Stich landen zu können. Also nicht so, ja, ich fand dich cool in dem Film, in dem dich alle cool fanden, sondern das muss dann schon spezieller sein, ne? Genau, genau, genau. Ja, und vor allem halt auch, ja, wenn die Person dann noch so ein bisschen unbekannt ist, weil dann ist natürlich die Chance größer, dass die Person sich dann vielleicht ein bisschen mehr freut, so. Und nicht irgendwie, weißt du, gehst halt zu Leonardo DiCaprio und sagst, ich fand dich voll cool in Titanic, so. Da ist er sich so, ja, cool, danke. Also, nervt mich nicht. Da sind sie der Erste. Ja, genau, da sind sie der Erste. Titanic, oh. Ja, genau. Ach, das heißt, ja, danke. Dass sich da noch einer dran erinnert, Mensch. Genau, das freut mich wirklich ungemein. Take my fame out your fucking mouth. Genau. Ja. Ja, also das ist halt, ja. Naja, auf jeden Fall Paul Benton. Ich hab mich auch in London kurz getroffen, auf dem Klo. Ja, aber du bist schon ein bisschen stolz drauf, ne? Also, das ist so. Nee, nee. Nee, ich bin nur stolz drauf, dass ich ihn erkannt hab, so. Okay. Weißt du? Also, dass ich mir so dachte, oh, ah, hier, das ist doch Dings, Warren. Ja. Freuen Sie sich auch nächste Woche wieder auf eine neue Folge unserer Rubrik Toilettenbekanntschaften. Sollten wir in einer neuen Rubrik draus machen. Wart mal ab, wenn ich erstmal in L.A. wohne, so, dann machen wir das zu einer neuen Rubrik. Dann, Alter, dann jede Woche. Jede Woche. Ich hab zum Beispiel, also tatsächlich in L.A., ich war ja, ne, wisst ihr ja, ich war ja ein paar Mal da, ich hab da noch nie wen Bekanntes gesehen, außer eine Person. Eine Person hab ich mal, hab ich mal sozusagen live gesehen. Das war Olivia Wilde im Kino, ne? Ah, stimmt, dann waren es zwei tatsächlich, ja. Ja, Olivia Wilde, genau, aber da war es nicht so, dass man so aus Versehen irgendwie reingelatscht ist, so, irgendwie im Supermarkt, so, sondern es war ja ihr Film, so, von daher war das jetzt nicht ganz so. Dann John Williams. Ja, aber da ist man ja extra ins Konzert gegangen, ist ja auch anders. Ne, ich hab Robert Patrick mal gesehen, so, in so einem Restaurant, das ist hier der T-1000 Terminator, aus Terminator 2, ja, genau. Ach, oh, auch ganz schlecht gealtert. Ja, ja, nicht besonders gut gealtert, das stimmt. Und ihn hatte ich halt mal gesehen und dachte so, oh, gehst du da jetzt hin und so? Und dann meine Begleitung war so, nee, das macht man nicht in L.A. In L.A. sind Schauspieler auch nur Leute wie du und ich. Also, ach so, na gut. Also, das muss ich sagen, ist bei mir ganz genauso. Also, ich, selbst bei Menschen, die ich erkenne und die vielleicht auch nicht so super Blockbuster-Personen sind, halte ich mich da auch immer wieder zurück, weil ich einfach so sage, okay, ihr seid einfach nur Menschen, ihr macht euren Job und es ist bestimmt auch schön, wenn die Leute euch ansprechen, aber wenn ihr da im Café sitzt oder irgendwie gerade am Set Pause macht, dann weiß ich nicht, findet ihr das vermutlich dann nicht so geil. Wobei, auf der anderen Seite, als wir in New York waren, das ist schon ein paar Jahre her, Ice-T, haben wir dann am Set von CSI New York getroffen und wir haben Selfies mit ihm gemacht und der hat uns den Lebenstipp aller Zeiten gegeben, don't sleep in the subway. So, war halt auch ein Erlebnis, aber da waren wir halt auch nicht alleine. Aber sie haben musste den erst googeln, war das nicht so? Ja, tatsächlich, wir haben den gegoogelt erst im Nachhinein. Wir haben Fotos mit dem gemacht und sowas und haben im Nachhinein versucht, herauszufinden. Genau. Ey, was ist denn Spinn da, ob da... Ja, und vor allem, also wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, du meinst auch sicherlich Ice Cube, ne? Ice Cube, selbstverständlich. Nee, Ice-T. Nee, warte mal. Ice-T. Keine Ahnung, ich bin am Meinung, Ice-T heißt der gute Kollege. Ja, Ice Cube hat hier bei Triple X Teil 2 mitgespielt, aber Ice-T hat bei... Aha, na gut. Whatever, wie hieß es, Crime-Scene. Na gut. Genau. Dann hab ich nix gesagt. Puh, ich dachte schon, ey. Ich muss nur mal hier auf Stichhaltigkeit überprüfen. Ja, aber hast mich gleich in den Schleulern gebracht, ey. Ja, 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 ja. Get your story straight. Ja, ja, ja. Wir haben ja damals, wie heißt er, na hier, der gute alte Pierce Brosnan im Zentralpark getroffen. Auch so ein einschneidendes Erlebnis, wenn er da... Oh, stimmt. ...ohne Socken mit Leder-Slippern sitzt, denkst du, Alter, nicht wirklich die Stil-Ikone, die jemanden kennt. Ja. Mir ist im Dings auch in New York mal Dings entgegengekommen. Lee Pace. Ja, Lee Pace, den kennt er bestimmt auch. Kurz mal googeln, ich höre euch doch. Ja, Lee Pace. Genau, der kam mir mal entgegen und ich dachte, oh, oh, den sprichst du kurz an und sagst ihm, wie toll den fandst du in Hold & Catch Fire. Aber der hatte so einen zackigen Gang drauf, dass ich so dachte, nee, also, ich bin ein bisschen außer Kondition. Ja. Ja, finde ich aber vernünftig, da irgendwie die Promis Promis sein lassen, weil am Ende sind das normale, in Anführungsstrichen, normale Berufe und wenn sie Privatleben haben, dann sollten sie auch irgendwie ein Privatleben haben. So, dieses Hinterherrennen, oh, ich kenne dich, Autogramm-Selfie, weiß ich nicht alles, habe ich vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber habe ich ziemlich den Respekt vor, dann die Menschen anzusprechen. Wir haben immer um Feedback gebeten und da ist man nicht so zurückhaltend, uns Feedback zu geben und uns anzusprechen. So hat es Kökkoek gemacht, denn wir haben letzte Woche, beziehungsweise Andi hat letzte Woche über Ozark gesprochen, gesagt, dass das eigentlich echt eine gute Serie ist und Kökkoek hat ihm da absolut zugestimmt. Also, Andi, du bist da nicht ganz alleine und ich habe gesehen, diesen Monat kommt dann ja auch, ich glaube, Staffel 2 wäre es dann ja, raus. Von Ozark? Ja. Ja, die sind schon bei Staffel 4. Oder Staffel 4, auf jeden Fall eine neue Staffel. Nee, der zweite Teil von Staffel 4. Ja, siehst du, es kommt was Neues raus. Ja, genau. Das machen die extra, um dich zu ärgern, Phil. Ja, 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 ja. So, aber er sagt dann halt auch, dass er da echt schwer begeistert ist und klar, dass manchmal ein bisschen konstruiert ist, aber gerade so die Erzählweise ohne unnötige Hektik dann ihm sehr gefällt und ja, er wartet tatsächlich jetzt darauf, dass die vierte Staffel komplett verfügbar ist und dann wird er die auch relativ schnell durchbingen. Ja, und zudem hat sich nochmal Sultan of Swing gemeldet, auch so ein Thema, was wir letztes Mal diskutiert hatten, alleine im Kino und ich habe mich ja schon fast ein bisschen gut gefühlt, als dann auch Sultan of Swing sagte, nee, also ich gehe eigentlich auch ganz gerne alleine ins Kino, er sagt so zu 80 Prozent, ist halt auch so, dass irgendwie das mit älter werdenden Freundeskreis und Familie, die dann auch die Freunde haben und sowas auch immer wieder halt schwieriger macht und Sultan of Swing hat halt den charmanten Vorteil, dass er flexible Arbeitszeiten hat und deswegen auch gerne mal so eine Nachmittagsvorstellung mitnimmt, aber ja, alleine ist halt für ihn so der Standard und er genießt ihn auch, weil so eine Privatvorstellung ist ja auch mal was, hatte ich ja noch nicht so eine Privatvorstellung, da würde ich mich auch wieder awkward bei fühlen, muss ich sagen, so ganz alleine im Kinosaal und die starten nur wegen dir den Film, ah, der Filmverführer sieht da vorne den Hansel und denkt sich so, oh, naja, wegen dir mach ich es jetzt mal. Tja, ja, ich denke mir, du, ich habe dafür gezahlt, also Job, Job. Ja, aber ich konnte ja zu dem Thema auch nichts sagen, also für mich ist so, allein ins Kino gehen ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ich gehe sogar tatsächlich, also zu meinen München-Zeiten und so, bin ich sogar ganz gerne ins Kino gegangen, also allein. Fand das immer ganz in Ordnung so. Ja. Konzentriert man sich schön auf den Film. Genau. Kann danach ein bisschen darüber sinnieren und so. Witzig fand, ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon mal erzählt, die Anekdote, äh, als ich in Inside Out war, also als steht Kopf, ähm, in so einer Sonntag-Vormittag-Vorstellung, äh, in München im Cinema und, äh, dann gingen die Lichter an am Ende des Films, also ich war, wie gesagt, auch allein da und, äh, dann saßen nur so Mütter mit irgendwie ihren Kindern, ähm, in dem Saal und die Mütter alle am Flennen gewesen und, und die Kinder so, hm, ja, das war witzig und dann fragen, ja, so habe ich so mitbekommen, wie eine Mutter dann ihren Sohn so gefragt hat, ja und, was fandst du jetzt so am besten an dem Film? Und dann so, so, ich fand den Hund süß! So, 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 so komplett an denen vorbeigegangen, die ganze Tragik, weißt du, die Mütter alle am Boden zerstört, ähm, fand ich schon ziemlich witzig, diese, diese kurze Momentaufnahme. Ja, da erlebt man tatsächlich, äh, einiges, ja. Ja. Ja, man nimmt seine Umwelt auch mehr so wahr. Also, ähm, wenn man jetzt mit jemandem ins Kino geht, dann ist man ja sofort im Gespräch und bla und, äh, und wie fandst du und so und so hat man mal so einen Moment auch so eine Atmosphäre im Kino, nachdem der, der Film dann vorbei ist, ähm, dann auch noch mal so ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Hm. Ja, das ist schon ein bestimmter, ein bestimmter Vibe nach so einem Film im Kino. Ja. Ja, ich saug den immer nur auf, ich gucke den Abspann und bin am Ende immer der ganz alleine im Abspann, nach dem Abspann. Ja, ja, der dann noch den Reinigungskräften dann noch Tschüss, danke sagt, so. Genau. Ja, genau. Dass man ihm noch ein paar Popcornbecher in die Hand drückt. Ja, ja, genau. Ich habe schon mal ein bisschen mitgeholfen, wir sehen uns nächsten Montag. Ja, genau. Hey, Phil, du auch mal wieder hier, Dankeschön. Ja, und nice, Hand, High Five und so, genau. Ja, nee, so schlimm ist es dann doch. Genau, die sagen so, oh, hast du heute nicht so einen Hunger, ist ja noch viel Popcorn über. Oh, ja, ja. So, das Level an Intimität. Ja, ja, ja. Hat man dann, ja. Naja, gut. Ja, jetzt aber, jetzt haben wir genug über Kino gesprochen und sowas, jetzt lass uns tatsächlich auch mal über Filme sprechen. Wer liegt los mit was? Wir haben einiges vor uns. Einiges vor uns. Pass auf, dann fange ich ganz kurz an, dann ist das nicht so ein harter Aufprall dann, sondern eine leichte, eine leichte Transition so. Back to the Future, kennt ihr, oder? Zurück in die Zukunft, klar. Ja. Bekannter Film, haben wir schon mal was gehört? Hab ich richtig kennengelernt, ja. Ja, genau. Und, nee, jetzt echt? Quatsch. Okay. Ich finde immer gut, dass du es mir ganz kurz geglaubt hast. Ja, genau. Naja, jedenfalls, wie ich eben schon erwähnt hatte, ich war so in London, schlender da so mir, nichts, dir, nichts durch die Straßen und sehe auf einmal so ein Theater und dann steht da dran Back to the Future The Musical. Und ich dachte mir so, äh, what? War so komplett verwirrt, weil ich überhaupt nicht wusste, dass es von Back to the Future The Musical gibt und ich hab's erst für einen Witz gehalten und dachte so, wie Back to the Future The Musical? Also, ich meine, was Back to the Future angeht, bin ich ja schon relativ, ähm, sozusagen bewandert, ja, um es mal so zu sagen. Ja, und dann hingen da irgendwie so Poster für das Musical und ich hab mir so, krasser Scheiß. Und sah dann irgendwie auch ganz witzig aus, also von den Kostümen her und von allem. Und, äh, dann sagt der Typ an der Tür, so von wegen, ja, ist jetzt, ist jetzt 15 Uhr, ne? Also, ist jetzt 15 Uhr zwei, ja, Ding hat um 15 Uhr angefangen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr noch gucken, ob Resttickets da sind. Und ich so, äh, okay. Also, ich war gerade mit meiner Kollegin da unterwegs und wir gucken uns so an und so, ja, äh, wollen wir mal gucken? Und dann war das die spontanste Sache meines Lebens. Einfach direkt reingegangen in das Theater, an die Kasse, gesagt so, ja, sind noch Tickets über? Und die so, ja, was willst du denn ausgeben? Und dann so, ja, zweitniedrigste Preiskategorie. Und die so, ja, hier sind noch zwei Plätze, die bestimmt viel teurer waren als, ähm, das, was wir gezahlt haben. Ja, und dann wurden wir da durch irgendeinen Seiteneingang dann zwischen den Songs dann nochmal reingeschleust, ähm, und haben dann einfach spontan, ohne fünf Minuten vorher überhaupt gewusst zu haben, dass es so etwas gibt wie Back to the Future, das Musical, äh, einfach Back to the Future, das Musical geguckt. So, und jetzt stellt sich natürlich die zentrale Frage. Ja. Funktioniert das? Wobei, wir wissen ja, dass du, also, du hast das jetzt ja gerade sehr politisch ausgedrückt, sehr diplomatisch, du bist ja ein absoluter Fan von Back to the Future. Und das ist natürlich ein heißes Eisen, dann in ein Musical reinzugehen von eigentlich dem Film, der Filmreihe, die man wirklich, äh, vergöttert, das, das kann böse enden, aber. Das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen, ja. Also, ich sag mal so, ich war leicht skeptisch, also vor allem, weil sich hier so zwei Welten aufeinander prallen, nämlich zum einen, wie du gerade gesagt hast, meine Liebe für Back to the Future und meine relativ starke Abneigung gegen Musicals. Wo ich so dachte, uff, also, das ist so, für mich so ein bisschen wie so, äh, Chili-Schokolade, weißt du? Also, warum zum Geier muss man Chili in die Schokolade packen, das macht doch gar keinen Sinn, Schokolade ist doch geil genug, wie sie ist. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, sind wir da rein. Und ich war erst so ganz kurz abgeturnt für so, für so zwei Minuten, weil ich so dachte, ach, das Bühnenbild ist jetzt nicht so geil irgendwie. Und, ja, Musicals, wie gesagt, auch nicht so mein Ding und so. Und dann aber, da hat's echt nicht lang gedauert und ich war so komplett voll in Flamme. Ich fand's so geil. Also, ich war wirklich, ohne Witz, also, ich bin, wie gesagt, kein riesen Musical-Gänger. Ich glaub, es war erst das zweite Musical meines Lebens, das ich live gesehen hab. Aber es war auf jeden Fall das geilste Musical, das ich je gesehen hab. Nee, war wirklich, war wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Was damit zu tun hat zum einen, dass das halt nicht irgendwie so ein Knock-off ist und die einfach versuchen, da irgendwie eine schnelle Mark zu machen, sondern weil da wirklich die Leute hinter Back to the Future auch involviert sind als irgendwie Produzenten und der Komponist hat irgendwie auch in den Songs mitgeschrieben und so. Also, das ist alles sozusagen komplett Lizenz- und IP-treu, so, also, schon sehr cool. Dann eine andere Sache, die, also, wirklich das Highlight dieses Musicals war, waren die beiden Hauptdarsteller, also, der Darsteller, der Marty McFly spielt und der Darsteller, der George McFly spielt. Weil ich mich wirklich dabei erwischt hab, streckenweise, dass ich das einfach so für bare Münze genommen hab, dass da Michael J. Fox auf der Bühne steht. Also, der war so krass, der Typ. Also, der hatte genau die gleiche Art, irgendwie sich zu bewegen und so und die Stimme und alles. Und das war wirklich so, ich dachte, so krass, das ist Michael J. Fox. Also, hätte ich mir echt, also, wenn mir einer gesagt hätte, ja, Michael J. Fox, hätte ich doch gesagt, ja, kommt hin. Also, richtig, richtig krass. Der Doc Brown war nicht so, also, war auch okay, nicht so cool. Der Biff war nicht so cool und die weiblichen Charaktere waren nicht so geil. Aber, wie gesagt, der George McFly und der Marty McFly, hammermäßig. Und dann, weil das ja, du hast es ja gerade gesagt, so ein bisschen oder angedeutet, das ist ja auch so ein bisschen so ein Actionfilm in gewisser Weise, ne? Also, zumindest ein Adventurefilm kann man, glaube ich, so sagen, ne? Also, da gibt es ja auch irgendwie so ein paar Actionsequenzen und so und dann fährt der DeLorean, haut da irgendwie vor den Terroristen ab und so. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig in einem Musical umzusetzen, aber die haben das so mega gut gemacht, weil die haben nämlich so eine Bühne in diesem Theater gehabt, die so verdeckte Schienen hat quasi. Also, du hast von oben gesehen, dass da so Einschnitte sind in der Bühne, in denen quasi so, also wo unten drunter halt so ein Schienenwerk irgendwie eingelassen ist und du kannst dann halt Objekte bewegen. Also, das heißt, Setpieces auf die Bühne kommen lassen oder wieder ganz schnell in der Bühne umbauen, also von einem Setpiece ins nächste Setpiece und so. Aber die haben es halt auch vor allem ganz geil genutzt, um eben alle Autosequenzen cool sozusagen zu verbildlichen. Und zwar war dann eben diese Szene, wo der DeLorean das erste Mal durch die Zeitmauer springt und das war so geil, weil die haben so eine Projektion gehabt, sozusagen hinter dem Wagen, aber auch auf so einer halbdurchsichtigen Leinwand vor dem Wagen und haben da quasi so eine Fahrt drauf projiziert. Und der DeLorean hat sich währenddessen halt auch auf der Bühne gedreht und alles und es sah einfach aus, als ob der da irgendwie 130 Sachen auf der Bühne macht. Und also es war richtig believable und dann überhaupt, wo wirklich also auch alle irgendwie so aus dem Häuschen waren, als dann der DeLorean am Ende dann auch nochmal übers Publikum geflogen ist und man so sagt, alles klar, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Wen schon, denn schon. Genau, also ultra geiles Ding, wirklich. Also die Mucke war geil, das Songwriting war okay, aber dann auch haben die auch so ein paar Sachen gemacht, die darauf hingedeutet haben, dass sie sich durchaus bewusst sind, dass sie ein Musical sind und auch, dass dieser Film auch eigentlich ein Film ist gewissermaßen. Also sie haben so ein paar kleine Gags eingebaut, die so ein bisschen, ja, dieses ganze Popkultur-Thema und diesen ganzen Nimbus, der halt Back to the Future anhaftet, irgendwie auch mit beleuchtet und auch liebevoll hier und da ein paar Sachen abgeändert, die aber, wie gesagt, für die Realität des Films sehr gut funktioniert haben und auch das Johnny B. Goode-Ding war mit dabei und am Ende wurde nochmal Power of Love gespielt und so. Also, ja, mega geiles Ding. Also ich war ultra geflasht, kann wirklich jedem, der in London ist, nur ans Herz legen, sich das mal reinzuziehen. Wo denn? Voll geil. In London im Adelphi-Theater. Okay. Ja, genau. Ist seit 2001, glaube ich, da im Programm. Auch, glaube ich, nur in London, also wirklich brandneu so. Ähm, und wird vermutlich, schätze ich mal irgendwie, ab nächstem Jahr, übernächstem Jahr vielleicht irgendwie anfangen, ähm, ja, die Tour zu machen so in anderen, in anderen Ländern. Aber, ja, ich fand's, ich fand's ultra. Also ich fand's wirklich mega, mega, mega cool. Ja, sehr geil. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr mitreißend an. Äh, ich, wieder mal eine Lanze gebrochen, sozusagen, für, äh, äh, die, die Musicals. Man muss sich halt auch mal rein, in Anführungsstrichen, trauen. Ähm, häufig sind Musicals echt ziemlich gut und da steckt viel dahinter und dieser, ähm, diese, diese Vorurteile, die manche, die ich manchmal so höre, so für, ja, nee, da wird ja nur gesungen und ich werde, komm damit nicht klar. Aber, nee, das ist schon ein bisschen mehr als, was, was ich am komischsten finde, was ich am komischsten finde an Musicals ist, dass sozusagen die Charaktere immer genau das singen, was sie denken. So, ich geh hier die Straße lang und denke mir, und so, und ich denke so, ja, okay, also das macht Film halt ein bisschen anders, wo dann irgendwie so bildlich dargestellt wird, was so die Lebenswirklichkeit des Charakters ist. Und in Musicals ist das einfach so direkt plump verbalisiert. Das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Also eben, wenn Marty dann darüber singt, von wegen, äh, mein Vater ist ein Versager und so, und du denkst, ja, okay, gut. Ist jetzt für den, für den erfahrenen Filmgucker ein bisschen befremdlich, aber wenn man dann Material mal hat, wo man denkt, okay, Back to the Future kann nicht schief gehen, ähm, dann ist das schon ganz cool. Und die spielen dann auch eben darauf an, in dem Musical, ganz kurz auch noch dazu, ähm, die spielen dann auch darauf an, dass sie natürlich ja auch eine IP benutzen, um ein Musical zu machen. Also, dass da schon so ein bisschen so ein Cash-Grab mitschwingt und sprechen aber auch zum Beispiel dieses Thema Back to the Future 4 in dem Musical auch an, von wegen, also wirklich so als Gag, von wegen so, nee, es wird niemals einen vierten Teil geben, forget it. So, also, wir machen jetzt halt ein Musical, so, aber das ist dann schon nochmal eine andere Nummer, als jetzt irgendwie nochmal ein komisches Reboot ins Kino zu bringen oder irgendwie sowas. Oder ein fragwürdiges Sequel. Oder Requel. Ja, ja, ja. Naja, ja, auf jeden Fall, geiles Ding, guckt euch an, Musical kann man, kann man machen. Glaube ich dir. Ja. Ja. Und Trailer, Trailer gibt's auch online. Der ist nicht so gut, der Trailer online auf YouTube, aber, ähm, achso, und es gibt natürlich auch... Muss man dabei gewesen sein. Ja, genau, muss man dabei, man sollte es, also, der Trailer vermittelt jetzt nicht so einen geilen Eindruck, wie das Musical wirklich ist, ähm, und die Songs gibt's alle auch bei Spotify. Gibt's einen Soundtrack. Ja. Ich weiß, was bei dir in der Heavy Rotation läuft. Ich wollte grad sagen, ja, ja. Ja, ja, läuft grad, läuft grad relativ viel, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Film. Andi, wie sieht's denn bei dir aus? Oh, ich hab was ganz, ganz backfrisches gesehen bei Netflix, und zwar The Bubble, der neue Film von Jed Apatow. Oh. Kennen wir ja alle aus, zum Beispiel, äh, so hochklassigen Komödien wie der Ananas Express, und ich muss sagen, er bleibt seiner Linie treu. Auch hier haben wir es wieder mit einer ziemlichen Klamotte zu tun, die aber in sich gesehen mir auf alle Fälle gestern Abend ziemlich viel Spaß gemacht hat. Es geht darum, The Bubble, äh, handelt davon, dass eine Schauspielerteam samt, äh, Filmcrew in einem Hotel untergebracht wird während der Corona-Krise. Sie leben quasi in ihrer eigenen Bubble und sollen in der Abgeschiedenheit, in der Quarantäne, die sie da jetzt zwangsweise verbringen, einen Film drehen, und zwar den sechsten Teil zu so einer Art Mischung aus Jurassic Park meets Indiana Jones Franchise. Also, man merkt, es soll ein lumpiger Film sein, das sind alles sehr abgehalfterte Darsteller, und das Ganze, ähm, fand ich persönlich jetzt, ohne da jetzt wieder alte Wunden aufreißen zu wollen, ähm, im Gegensatz zu Up, äh, Don't Look Up, wirklich die wesentlich bessere Mediensatire. Weil, der, der Film bedient wirklich alle Klischees und, äh, macht sehr viele bissige Kommentare. Also, der Film geht allein schon damit los, dass der Produzent des Films die beiden Assistenten vor sich stehen hat und die darauf einschwört, so, heute kommen unsere Stars und freundet euch nicht mit ihnen an, habt keinen Sex mit ihnen und macht ihnen ganz viele Komplimente, weil alle sind eigentlich ganz, ganz kleine Persönlichkeiten und brauchen immer ganz viel Zuneigung. Da geht's dann schon mal los mit bissig und dann auch viele kleine Sachen, wo ich dann wirklich lauthals lachen musste, beispielsweise eine Szene, man kennt das, großer Raum mit Greenscreen, alles in grün ausgedingst, na, ihr wisst schon, der ganze Raum quasi in grün und dann hängen da zwei so Licht-Dubbles, so kleine Assistenten, die hängen wie Marionetten von der Wand, weil sie irgendwie für zwei Flugdinosaurier quasi als Stunt-Dubble da drin stehen. Die hängen da, auf einmal heißt es dann so, Schnitt, wir haben die Szene jetzt fast im Kasten und einer von diesen beiden Assistenten ruft dann zu dem Hauptdarsteller, äh, haben sie das Skript gelesen, das ich ihnen geschickt habe? Wo ich dann dachte, ja, das ist sehr cool, das bedient so dieses Bild von wegen, naja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass irgendjemand aus der High Society wirklich dein kleines, ähm, Skript da lesen würde. Aber das ist, fand ich, sehr, sehr schön gemacht. Natürlich hat er natürlich, wie so viele Filme von Judd Apatow, auch so ein paar Schläge unter die Gürtellinie, also so manche Witze, da hab dann nur ich gelacht, sag ich mal. Ich bin ja für meinen eher schlichten Humor dann doch bekannt. Ähm, in der Mitte hängt da so ein kleines bisschen durch, weil es da dann auch so um Vertragserfüllungssachen geht und, aber zum Ende hin dreht er nochmal ordentlich auf und hat auch so ein paar ganz interessante Cameos drin, die dann so zwischendrin mal auftauchen, wo man sich dann denkt, ups, Mensch, du bist doch, oh, Mensch, ja, und du spielst dich hier gerade selbst, das ist ja witzig. Und es kommen natürlich dann auch viele echte Namen vor, ne, und dann wird dann gesagt, ja, hier, der und der, äh, war viel geiler in der Rolle als du und das finde ich immer besser, als wenn das so eine Mediensatire ist, wo dann aber nur fiktive Namen genannt werden. Also, der macht schon einiges richtig für Leute, die so auf Mediensatire stehen. Krass, hab ich noch gar nichts von mitbekommen, musst du sagen. Läuft bei Netflix, ne? Ja, ist auch irgendwie niegelnagelneu, The Bubble. Ja, ja, und hat aber auch nur eine 4,8 auf IMDb. Ja, ich weiß. Ist halt ein Appetow-Fan. Ja, aber John Appetow ist schon eher Qualität immer gewesen, ne? Ah, ja. Aber krasse Besetzung auf jeden Fall, also du hast es gerade nicht erwähnt, aber ich meine, David Duchovny spielt mit, Pedro Pascal und Maria Bakalova, die die Tochter von Borat gespielt hat im zweiten Buch. Genau, und dein Fred Armisen aus Portlandia. Und Fred Armisen auch, genau, ja. Ja, ja, genau. Das stimmt, der auch, ja. Ja, weiß ich nicht, also ich hab, ja, Trailer sieht, also irgendwie sieht der Film ein bisschen billig aus, muss ich sagen. Ja, ist er auch. Es ist ein Appetow-Film, also es ist kein Hochglanz-Film, sondern das ist so ein Ding wie damals hier sowas wie Mallrats, so ein Ding, wo du weißt, okay, da hängt einer hinter, der ist in der Materie drin. Das ist voll der Filmfreak, der macht so einen Film nicht für die breite Masse, sondern wirklich für die Leute, die über solche Witze dann lachen können. Und da, auch wenn ich nicht mehr so den Hang zu filmen hab, aber da gehöre ich dann trotzdem immer noch dazu, also ich hab mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Hm. Ja, da schau ich vielleicht mal rein. Und da sind viele Sachen, wo du wirklich denkst, ja, du musst es wirklich komplett sehen. Also eine spielt da mit, die weiß auch gar nicht, wie sie da reingeraten ist, das ist eine, die ganz, ganz 120 Millionen Follower auf TikTok hat, die einfach nur dabei ist, ne, weil sie halt so ein großer TikTok-Star ist. Und irgendwann kommt dann so eine Szene, wo es dann heißt, ja, guck doch mal bei YouTube. YouTube, das gibt's noch? Wo man dann so denkt, ja, ist ja irgendwie so, ne, dass diese ganzen TikTok-Leute gar nicht mehr wissen, dass das veraltete YouTube tatsächlich nur existiert. Muss man erlebt haben, kann man nicht gut nacherzählen. Hm. Versuch's mal. Ja. Ja, guck ich, guck ich vielleicht mal rein. Also grundsätzlich waren die Apatow-Filme ja, meine ich, immer so im 6er, 7er-Bereich angesiedelt. Deswegen fällt der schon ein bisschen ab, aber, ja, vielleicht kann der ja was mal gucken. Genau. Hört sich für mich auf jeden Fall auch relativ interessant an. Packe ich auf meine unfassbar lange, große Watchlist und irgendwann ... Machst du doch, machst du doch eh nicht. Ja, doch, 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 aber das Problem an der Sache ist, diese Liste ist halt ziemlich, ziemlich umfangreich. Ja, das ist so mein Problem. Ja, ja, ja. Also ich würde noch nicht abfeiern. Bei mir hat er, glaube ich, dreieinhalb von fünf Sternchen gekriegt. Also ich habe gerade mal bei uns in Slack geguckt, da werden ja deine Letterboxd-Bewertungen rüber synchronisiert, da bist du bei drei Sternen. Na gut, genau. Also keiner, den ich jetzt absolut abfeiern würde, aber ich habe mich in der Zeit, wo ich ihn geguckt habe, doch sehr gut unterhalten gefühlt, weil sehr viele spitze Bemerkungen drin waren. Ja. Wann die so dachte, ui, 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 ui. Ja, wo du dann auch wirklich merkst, auf wen sie denn auch teilweise so wirklich höchstpersönlich abzielen. Also eine Person ist dabei, das ist der Darsteller von hier The Mandalorian. Wie heißt der doch gleich? Pedro Pascal. Genau, richtig. Und der hat so eine Rolle, wo du wirklich von Anfang an denkst, okay, den haben sie jetzt nur dabei, weil sie den Original Robert Downey Jr. nicht haben konnten. So ein von sich selbst ergötztes Arschloch, der meint, er kann jede Frau haben und irgendwie so, ach ja, Filme sind für mich so, ja, Oscar, ist wie Händewaschen, abwischen, spülen und nächster Film. Wo man dann denkt, ja, cool, irgendwie witzig gemacht. Na gut. Begeisterung klingt anders. Ja, muss man dabei gewesen sein. Ja, muss man dabei gewesen sein. Ist wirklich so, ja, ja. Ja. Einfach mal gucken, die erste Viertelstunde, wenn es dann gefällt, ist okay, wenn nicht, dann ausmachen. Okay. Bei mir habe ich einen Film, der geht ein bisschen länger nur als eine halbe Stunde. Von daher hilft der Tipp dann nicht, eine Viertelstunde angucken oder eine halbe Stunde angucken und dann im Zweifel ausschalten. Da ist der Film dann schon zu Ende. Ich habe mir einen Kurzfilm angeguckt, der sich ein bisschen bei mir so festgebissen hat. Oscar-nominierter Film. Ich habe ja so schon letztes Jahr das Ansinnen gehabt, mir alle Oscar-nominierten Filme anzugucken. Letztes Jahr hat es geklappt, dieses Jahr nicht so. Aber When We Were Bullies hat mich dann doch irgendwie interessiert. Auf Deutsch heißt er, als wir Tyrannen waren und läuft in der Arte Mediathek kostenlos zum Anschauen. Und ja, fand ich schon mal vom Titel ganz interessant, irgendwie so, als wir die Tyrannen waren, als wir Bullies waren früher. Und der Film hat mich dann, oder die Kurz-Doku hat mich dann echt gepackt. Geht, wie gesagt, irgendwie knapp eine halbe Stunde. Und handelt davon, dass der gesamte Filmemacher hinter dieser Doku, ja, mal so sich daran erinnerte. Es ist jetzt knapp 50 Jahre her, dass ich in der Grundschule war. Und da war dann dieser eine Typ, dieser Richard, und den haben wir irgendwie alle gemobbt. Und da war dieser eine Vorfall auf dem Schulhof. Und das muss für den sehr erniedrigend alles gewesen sein. Und irgendwie tut mir das jetzt auch leid. Und ich will das irgendwie mal aufarbeiten. Und ich will einfach jetzt auch mal Kontakt zu Richard aufnehmen. Teaser, das funktioniert nicht. Und dann möchte der Filmemacher, oder nimmt er Kontakt zu der alten Klassengemeinschaft auf. Versucht irgendwie mit denen mal darüber zu sprechen. Könnt ihr euch noch an Richard erinnern? Und was sind eure Emotionen dazu? Er versucht, die Lehrerin noch zu finden. Und findet die tatsächlich auch noch im Altersheim. Und befragt die halt alle zu diesem, ja, zu diesem Richard, der irgendwie von allen irgendwie, die, also, keiner kann sich an einen Vorfall, aber jeder kann sich an Richard erinnern, dass das so ein besonderer Typ war. Und alle haben ihn so ein bisschen gemobbt. Und allen tut es im Nachhinein leid. Und ich hab mich da sehr tappt bei gefühlt irgendwie, weil derjenige oder diejenige, wer nicht irgendwo früher mal den einen oder anderen geschubst hat oder irgendwie genervt hat, gebullied hat oder einen Scherz sich auf dessen Kosten erlaubt hat, der werfe den ersten Stein. Ja, also, ähm, das ist schon irgendwie so, dass man, dass diese Doku mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, was man möglicherweise so früher selber als Kind so anderen Kindern angetan hat. Und dass das eigentlich hardcore unfair und hardcore, ja, schon teilweise unmenschlich oder ausgrenzend und so etwas ist. Und das hat mich sehr mitgenommen, schon fast, sehr nachdenklich gemacht, weil tatsächlich bei uns in der Schule, sogar im Gymnasium, nicht in der Grundschule, sondern im Gymnasium, so siebte bis dreizehnte Klasse, hatten wir auch da so einen, so einen Richard sozusagen. Und ich war halt auch einer, der da so hart gebullied hat. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Jetzt kommen hier die Abgründe, ne? Ja, 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 und den finde ich auch nicht mehr heutzutage. Ah, na, über den mache ich mir auch so Gedanken, ja, so von dem, was ist mit dem? Und eigentlich würde ich mich bei dem auch gerne mal entschuldigen und so sagen, Digga, tut mir leid. Und da hat natürlich When We Were Bullies irgendwie voll ins Schwarze getroffen bei mir, weil er genau diesen sensiblen Punkt aufmacht und einfach dann so aufzeigt, Kinder oder auch Jugendliche sind halt möglicherweise böse und eigentlich ist es nicht cool. Eine sehr, sehr interessante Doku, die irgendwie, wie gesagt, so in dieser Eigendynamik von Kindern kramt und versucht irgendwie dem auf den Grund zu gehen. Klingt nicht uninteressant. Knapp 30 Minuten geht die. Das ist ja nicht so lang. Genau, 30 Minuten, 32 Minuten, wie gesagt, in der Arte Mediathek zu sehen. Dort dann unter dem deutschen Titel, als wir Tyrannen waren. Aber gibt es dort in OV, ist also nicht synchronisiert, sondern nur untertitelt. Und ja, ist auch sehr schön gemacht. Das ist so ein, wie nennt es sich, so ein Paper-Cut-Style, nenne ich das jetzt einfach mal. Also, da wird ganz viel mit Papierschablonen und so, als ob das so einfach ausgeschnitten oder aus so einer Zeitung ausgerissen wurde und dann so einer Stop-Motion-Animation zusammengestellt wurde. Das ist echt gut gemacht und macht auch optisch Spaß. Aber wie gesagt, dann insbesondere die vielen Gespräche mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sind dann echt schon so, wo du so merkst, Huf, Kinder sind teilweise, ja, haben eine eigene Dynamik. Also, die Erwachsenen so vielleicht auch, damit die Lehrer vielleicht auch gar nicht so mitbekommen. Sehr interessanter, tiefer Einblick irgendwie so in die Psyche. Ja, ne, da habe ich auch so Storys aus der Schule noch. Also, der Punkt ist aber, also bei mir gab es so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich habe sozusagen ausgeteilt, aber halt auch hart eingesteckt in der Schule. Aber da gab es auch so ein paar Leute bei uns, wo ich mir im Nachhinein so denke, oh, was, also, was wohl aus dem geworden ist oder aus der und ... Hättest du nicht getreten, hätten sie dich getreten, ne? Ja, ja. Solche Fragen ruft der Film dann auch auf und da sagst du so, ja, da mag wahrscheinlich was Wahres dran sein. Ja, jetzt die jetzt ... Auf welcher Seite stehst du? Ja. Naja, ja, tiefe Sinneskrise. Ja, ganz genau. Also, tatsächlich, wer sich auf diese Sinneskrise einlassen möchte, hat die Gelegenheit dazu. Wir brauchen da jetzt ja tatsächlich jetzt im Podcast noch kein Seelen-Streep-Dies zu betreiben. Na gut. Ja, ich ... Versuch's mal zu retten, Micha. Ja, nee, kommen wir von Sinneskrise zu Schaffenskrise. Und zwar habe ich mir, und in dem Podcast wurde der Film, glaube ich, auch schon mal besprochen, ich glaube, von dir, Phil, habe ich mir Old von M. Night Shyamalan reingezogen. Ja. Ja. Oh, M. Night, was ist nur los mit dir? Was ist nur los mit dem Typen? Warum kann der nicht einfach einen geilen Filmer machen, ne? Ähm, also ich muss dazu sagen, äh, ich fand, ich bin ja ein großer M. Night Shyamalan-Fan. Äh, ich find, äh, er hat auch zuletzt einen ganz guten Film gemacht, nämlich The Visit. Ja, den fand ich ja ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt schon. Der war ganz gut. Das war mit den Enkeln, die bei der Oma waren, ne? Genau, genau. Wo die Großeltern halt mega-weirdos sind, so voll die Creeps. Genau. Ja, und jetzt ist halt hier dieser neue Film raus von 2001, Old, ähm, handelt von so einer Familie, beziehungsweise von so einer Gruppe an Urlaubern, die halt eben auf so einer, in so einem Ressort sind und dann da auf so eine, auf so eine Bucht gefahren werden, um da ein bisschen Badeurlaub, Strandurlaub zu machen. Ja, und dann finden die halt irgendwie raus, dass die alle irgendwie ganz schnell altern, ähm, und dann irgendwie die Kinder ganz schnell heranwachsen und, ähm, irgendwie das kleine Mädchen, das eben noch irgendwie, weißt du, sieben war, dann auf einmal schwanger ist und irgendwie 29 ist und so. Und, äh, im Grunde genommen eine nette Idee, ein nettes Konzept, aber wie gesagt, was ist eigentlich los mit M. Night Shyamalan? Also, so schwer, also man guckt diesen Film so und denkt so, okay, so schwer kann es doch nicht sein, so einen guten Film zu machen. Also, das ist alles so an den, also nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern so unerklärt auch. Also, da wird einfach so, wenn einfach so Dinge werden so in den Raum geworden, man denkt so, ja, wo kommt das jetzt her und was soll das jetzt und wer ist er jetzt? Und dann aber auf der anderen Seite gibt's dann so so einen asiatischen Charakter, der sich irgendwie siebenmal vorstellt und man so denkt, hä? Also, warum? Also, genau, Jaron. Wo ich mir so denke, warum? Also, wer hat denn dieses Drehbuch geschrieben? Also, es wirkt alles so wie so ein erster Entwurf von so einer Story und dann halt, ja, einfach direkt so verfilmt. Oder auch am Ende, als dann der Twist erklärt wird, also, was es so damit auf sich hat, die Person, die das erklärt, erklärt das halt Leuten, die eigentlich ganz genau Bescheid wissen müssten, was das alles auf sich hat. Weil ich mir so denke, warum erzählst denn du denen das? Die müssen das doch wissen. Und dazu kommen dann noch die Schauspielleistungen. Also, weil da sind ja, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, gute Schauspieler drin, aber da sind zumindest Schauspieler drin, wie jetzt Rufus Swell oder Seville, heißt er, oder Gael Garcia Bernal, die ja eigentlich gute Leute sind, die schon wissen, was man so mit so einem Material machen kann. Und dann machen die da irgendwie nix mit. Also, die hauen die Lines so uninspiriert raus manchmal, wo ich mir so denke, okay, hast du überhaupt Bock hier zu sein? Was soll das denn? Also, ein richtiger Schrottfilm. Ja. Ein richtiger Schrott. Also, was ich da wirklich für ein Problem hatte, ist, dass er auf seine Charaktere quasi scheißt, dieser Film, und dass einfach dieses spontane Altern ganz, ganz schlecht umgesetzt wurde. Ich hatte vorher ja die Graphic Novel mir durchgelesen, und da hat das ganz gut funktioniert, dass du irgendwie die Charaktere trotz des Alterns noch erkannt hast, und da du einfach in der Zeichnung hier auf einmal eine Falte mehr, da irgendwie dann halt ein generell erwachseneres Gesicht, aber du irgendwie dann die Charaktere noch alle sauber zuordnen konntest. Und das hat im Film so gar nicht funktioniert. Auf einmal hast du einen Charakter, und auf einmal kommt ein anderer, und du denkst so, wer warst du noch mal? Und dann muss er sich selber vorstellen, und dann, oder du findest das, es ist wirklich krude, es ist krude. Es macht keinen Spaß, sich diesen Film anzugucken. Nee, nee, ist alles so stümperhaft zusammengeklatscht. Ja. Ja. Und dann auch diese deutsche, ich glaube, das ist eine deutsche Schauspielerin, Vicky Krebs. Sagt mir jetzt nichts. Ja, die spielt halt die Frau von, äh, von welchem Charakter war das die Frau? Von dem Rufus Savile Charakter, glaube ich, oder von dem Guy Garcia Bernal Charakter. Ähm, so, äh, also so mit diesem Akzent und alle, also es war alles so, ja, wie du gesagt hast, krude, einfach so zusammengeklatscht und auch nicht, also als ob man einfach von allem so den ersten Take genommen hätte, und dann auch einfach so die erste Schnittfassung genommen, und auch den ersten Drehbuchentwurf, das ist alles, wirkt alles so, als hätte man das so zack, zack, einfach so, ja komm, wir müssen jetzt schnell diesen Film hier fertig machen. Und mir tut es dann auch ein bisschen leid für die Schauspieler, weil die haben sich doch bestimmt gedacht, geil, jetzt endlich mal in einem M. Night Shyamalan Film, so, da muss doch mal, muss doch mal rumkommen. Und dann sind da wirklich so, so richtige Scheiß-Performances von denen, wo ich mir sage, ja, nee, also, so wird das nix. Tat schon weh, tat schon weh. Ja, also ich bin echt gespannt, ob M. Night Shyamalan irgendwann nochmal zurückfindet zu seiner ursprünglichen Form. Weil, klar, da gibt es immer mal wieder so nette Sachen wie jetzt The Visit, aber ich meine, wenn du dann so denkst an irgendwie After Earth und The Happening und The Last Airbender und so, wo du dir echt so denkst, boah, jetzt könnte jetzt auch langsam mal ein geiler Film wiederkommen von dem. Also, bisschen schade. Wäre ich dabei, aber mal gucken, was wohl passiert in der Zukunft. Also, wie gesagt, guck den nicht. Nein, bitte lass das. Lest die Graphic Novel im Zweifel. Hätte ich noch auf der Liste gehabt. Ja, ja, nee, ist Müll. Gut. Gut, ey, dann. Wie sieht's denn bei dir aus, Andi? Oh, was hab ich noch? Ja, oh, ich bin ja schon die ganze Zeit immer am Umsortieren über. Ja, ich seh das schon in unserem Konzept. Ich frage mich immer, ja, wo hab ich denn noch was zu erzählen? Und jetzt hatte ich grad eine Serie auf unsere Speedrun gesetzt, musste ich aber rausnehmen, einfach um zu erzählen, wie ich denn auf die Serie gekommen bin. Es ist nämlich Spaß, äh, sehr lustig gewesen, weil nämlich der Kollege vom Sneakpot, der Stefan, schönen Gruß an dieser Stelle, der hat gedacht, dass ich über diese Serie schon mal gesprochen habe. Mhm. Und dann hat er die Serie geguckt und dann hat er sich bei mir bei Insta gemacht und hat gesagt, oh, Andi, hier, ja, super Serie. Und ich so, äh, ja, oh, danke für den Tipp. Und das hat ihn wohl ein bisschen verwirrt. Und er hat dann mal geguckt bei Nerd Talk, hab ich über die Serie noch nicht gesprochen. Und er hat mir die Serie quasi empfohlen, obwohl er dachte, ich hätte sie ihm empfohlen. Und ich hab sie jetzt auch geguckt, lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar die Serie Legal Affairs aus der ARD Mediathek. Mhm. Fand ich sehr spannend. In der Hauptrolle haben wir Lavinia Wilson. Äh, mag der ein oder andere ja kennen. Ich glaube, sie hat mitgespielt bei dieses Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland 89 auch. Sie spielt eine Medienanwältin. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die Serie unter anderem auch produziert wurde von Christian Scherz. Seines Zeichens, äh, Deutschlands bekanntester, äh, Medienanwalt. Und da denkt man natürlich, okay, das hat schon so eine gewisse Realitätsnähe oder eine gewisse Expertise zumindest. Und es ist sehr spannend. Es sind acht Folgen, jeweils ungefähr 45 Minuten, in denen wir sehen, ähm, jeweils verschiedene Fälle, die irgendwas mit Medienrechtsanwälten zu tun haben. Beispielsweise, man kennt das, ist wahrscheinlich auch angelehnt an, ist angelehnt an einen echten Fall, irgendwie eine Frau, die, ähm, irgendwo am Flughafen ist und da ein rassistisches Statement irgendwie macht, dann in ihr Flugzeug steigt. Und während sie auf dem Weg zurück nach Deutschland ist, äh, geht in Deutschland der große Shitstorm los. Und als sie dann tatsächlich ankommt, steht schon der, ähm, marodierende Pöbel vor den Flughafentüren mit, äh, großen Plakaten und will die Frau quasi brennen sehen. Und da kommen natürlich dann die Rechtsanwälte ins Spiel und sagen, so, sie kommen jetzt erstmal mit uns. Wir versuchen jetzt, die ganze Sache ein bisschen zu drehen. Fand ich sehr interessant. Kennt man eher von sowas wie The Good Wife oder Scandal. Das sind so zwei amerikanische Serien, die auch viele Staffeln hatten. Und die auch so dieses Medien- oder dieses Rechtsanwaltshafte mit, äh, gerade auch mit Öffentlichkeitsarbeit, äh, drin hatten. Und hier fand ich das eigentlich auch sehr gut dargestellt. Also manche Sachen waren mir so ein bisschen drüber. Beispielsweise die Kameraarbeit. Die war mir ein bisschen zu verkünstelt und geschwenkt. Man hat also in der ersten Folge gedacht, dass der Kameramann stockbesoffen ist. Wo ich dann dachte, nee, das muss nicht sein. Um dieser Szene Dynamik zu geben, muss man nicht hier rumrennen wie so ein, äh, onanierender Affe, der die Kamera nicht stillhalten kann. Das fand ich ein bisschen, lenkte vom Thema ab. Aber ansonsten waren es wirklich sehr spannende Fälle, die dann auch, ja, innerhalb von einer Folge dann jeweils abgehandelt wurden. Natürlich gab's dann noch so eine durchgehende Story. Ging halt darum, wer denn noch ihr Partner in ihrer Kanzlei werden kann. Da gab's also Ränkespiel von verschiedenen guten Kollegen von ihr. Und hat Spaß gemacht. War ganz gut. War fiffig, äh, zackig schnell erzählt. Ja. Hatte keine großen Längen, sondern, ne, die Fälle waren klar, okay, die hat jetzt eine Stützzahme am Hals. Was machen wir damit jetzt? Okay, wir gehen da und damit an die Presse. Oder ein Fall, auch ganz spannend, äh, eine große deutsche Boulevardzeitung, Punkt, 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 äh, kolportiert, dass einer, der kurz vorm Wechsel zu einem großen Münchner Fußballverein steht, ein Herzproblem hat. Daraufhin wird dann natürlich der, äh, Transfer gecancelt und so weiter und so fort, Schadenersatz und wie steht das in der Öffentlichkeit? Äh, ganz spannende Fälle, wo man sich denkt, ja, sind so ein bisschen ans wahre Leben angelehnt. Eine Szene gibt's dann auch, wo dann Christian Scherz tatsächlich auch selber mal kurz auftritt und seiner, ähm, fiktiven, seinem fiktiven Alter Ego so ein paar Tipps gibt, wie sie seine, ihre Kanzlei zu führen hat. Hat Spaß gemacht. Also würde ich mich freuen, wenn da noch eine zweite Staffel vorkommt. Hört sich so ein bisschen an wie Tatort auf Medien und Steroiden. Ja, so ein bisschen. Nur halt ohne Krimine, ohne richtige Kriminalfälle. Also es geht nicht darum, welcher Promi hat hier, welches, äh, Au-pair-Mädchen ermordet. Sondern schon meistens so um Publicity und, oh, wer hat hier, äh, ein Sexvideo von mir gepostet mit, äh, Bildern, die gar nicht von mir sind und wenn das an die Öffentlichkeit kommt und zieht das zurück und wie drehen wir das Ding? Also eigentlich alles ganz spannende Fälle, die recht dynamisch abgehandelt worden sind dann auch. Hm. Okay. Klingt tatsächlich, muss ich sagen, deutlich besser, als ich zu Anfang gedacht hatte. Ja, ne? Ja, ich hatte es, ich hatte es auch, äh, zuerst gedacht, oh nee, komm Andi, lass mal, äh, Lavinia Wilson magst du eigentlich nicht und ich fand sie jetzt auch nicht so unbedingt so überzeugend in ihrer Rolle, weil sie spielt halt wirklich so eine ganz knallharte, die wirklich über Leichen geht, die, äh, die Loyalität ihrer MitarbeiterInnen überhaupt nicht zu schätzen weiß, sondern wirklich nur ihr eigenes Ding durchzieht, äh, auch gerne mal die Oberschefin raushängen lässt und die anderen anschreit, wo ich dann denke, oh nee, muss nicht sein, aber letztlich hat sie das dann doch ganz gut gelöst. Okay. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass das Ding jetzt gerade aus der Mediathek raus ist. Genau, richtig. Ja, leider. Ja, aber bei Öffentlich-Rechtlichen ist es ja tatsächlich so, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also es ist ja kein Ob, sondern nur eine Frage, dass Wann da auch mal wieder, äh, das wiederkommt, dann entweder direkt auf ARD oder in irgendeinem anderen Sender und damit hat man ja wieder quasi die Berechtigung, auch die rechtliche Berechtigung, äh, wohin wir beim Thema wären, das wieder in die Mediatheken aufzunehmen. Ja. Ja, ganz genau. Ja. Na gut, okay. Ich ahne, dass es wieder so manche Leute gibt, die dann sagen, oh, wieder gut, ein guter Serientipp von einem guten Andi. Ja, das scheint sich rumgesprochen zu haben. Na ja, unsere... Dass ich immer gerne deutsche Serien gucke auch. Unsere Serienkompetenz. Ja, ja. Ja, erst neulich hat mich jemand angesprochen, dann haben sie dann mal gesagt, hier, wie sieht's aus, kann der Andi mal eine deutsche Serie empfehlen wieder? Ich weiß, der hatte vorher mit mir telefoniert. Naja. Ja, ja. Ich bin dafür bekannt, ja, ja. Ja, ja, wirklich. Ja, wie ein bunter Hund. Wie ein bunter Hund war auch Tammy Faye bekannt. Boah. Boah. Schönen Gruß an Leineherz. Eiei, 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 eiei. Ah, ich dachte, komm, wir... Okay, Phil, ich fordere dich hiermit auf, ab sofort, es so corny wie möglich zu machen. Also wirklich die krudesten Überleitungen, bitte ab jetzt. Also, weil manchmal, manchmal sind die ja so, ja, okay, aber schlecht, aber so, aber ich hätte die gern so richtig schlecht, bitte. bitte ab sofort nur noch richtig schlechte Überleitung. Am Ende, oder pass auf, jeder von uns macht immer eine eigene Überleitung und am Ende müssen wir dann abstimmen, welche Überleitung die wirklich allerschlimmste, räudigste Überleitung war. Oh ja, oh ja. Ja, ich war ja schon mal ein guter Einstieg. Ja, echt. Es geht auch wieder um einen Oscar-nominierten Film, The Eyes of Tammy Faye in den Hauptrollen Jessica Tastain und Andrew Garfield. Die beiden spielen nämlich das Paar Becker und die beiden, also der gesamte Film ist based on a true story, denn es ist so, dass die beiden, Tammy Faye Becker und insbesondere Jim Becker gerade so in den 70ern sehr, 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 sehr erfolgreich waren in den USA. Jim Becker hat da nämlich entdeckt, dass man als, ja ich sag mal als Fernsehprediger einerseits erfolgreich sein kann, andererseits aber auch so erfolgreich, dass man damit sehr viel Geld machen kann. Und Tammy Faye Becker sagt der Name, ist dann seine Frau und macht am Anfang auch fleißig mit, aber ja, es verselbstständigt sich dann nach hinten hin auch, ähm, so dass Jim Becker irgendwo immer mehr meint, irgendwie aus diesen, äh, aus dieser Cash-Cow noch mehr Geld rausholen zu können. Am Ende sind, äh, sie auch Besitzer von einem eigenen Sender und verschiedenen, äh, Marken und so etwas und, ähm, es ging dann seinerzeit auch sehr stark bergab, äh, mit den beiden, als dann öffentlich wurde, dass angeblich, äh, Tammy Faye, äh, Kommunistin sei, ja, und, ähm, zugleich, ähm, Jim Becker fremdgegangen sei. Und das hat den, deren Ansehen als ein Paar voller Gottesliebe und positiver Einstellung und, äh, ja, auch Erfolg hat es einen riesen Knacks gegeben, von dem sie sich dann nie wieder so richtig erholt haben. Und weil das solche schillernden Figuren waren, insbesondere Tammy Faye, die sich, die immer drauf geachtet hat, sehr adrett, aber auch sehr bunt und sehr, ähm, sehr progressiv, äh, zu sein, ähm, habe ich den Anfang des Satzes vergessen? Auf jeden Fall, das ist, ähm, diese Geschichte wird da erzählt, ähm, mit Tammy Faye in der, in der, in der Mitte sozusagen als einerseits diejenige, die irgendwie auch an Gott glaubt und irgendwie es auch cool findet ein Stück weit, dass, ähm, dass man eben auch mit öffentlichen Predigten, mit Religion auch am Ende Geld verdienen kann, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch an den Machenschaften so ein bisschen, äh, zweifelt und natürlich dann auch sehr daran, damit kämpft, dass sie, ähm, dass sie, äh, wie heißt das, dass sie, äh, ja, mit sich selber ins Gewissen kommt. Genau. Äh, habt ihr davon schon mal etwas gehört von Tammy Faye? Tatsächlich erst am Tag der Oscar verleiht. Ja. Ich am Tag danach, als ich gehört habe, dass Jessica Chastain dafür den Oscar gekriegt hat. Und das zurecht. Also das wirklich zurecht, die spielt, äh. Sieht schon im Trailer krass aus. Ja. Sieht aber aus wie so eine, äh, Schmink-Performance. Weißt du, was ich meine? Also der Film war ja, der Film. Wie so Monster und so. Ja, der Film war ja auch, äh, nominiert für bestes Kostüm und bestes, äh, 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 nicht bestes Kostüm, bestes Herstyling, bestes Make-up. Und hat da ja auch gewonnen, muss man sagen, ja. Ähm. Was, was jetzt nicht die Leistung von Jessica Chastain schmälert. Es gibt halt so diese Filme, wo, ich glaube, die, die Maske, die Schauspieler nochmal zusätzlich irgendwie inspiriert. Nochmal, nochmal irgendwie die, von der Rolle irgendwie lässt, weißt du? Ja. Ne, weißt du nicht. Ja, ja, also ein Stück weit zumindest. Also, ja, also, dass die Maske einfach dann nochmal die Schauspieler irgendwie zu besseren Leistungen nochmal beflügelt. Ja. Das verstehe ich und ich glaube, das ist tatsächlich so, weil, ähm, die beiden, also sowohl, ähm, Andrew Garfield als auch, ähm, Jessica Chastain, Chastain, die spielen wirklich so was von harmonisch zusammen und ich glaube tatsächlich, dass das auch was damit zu tun hat, dass die, ähm, so ähnlich den realen Figuren aussehen. Also, ich habe weder Jessica Chastain in ihrer Rolle erkannt, noch habe ich Andrew Garfield erkannt. Irgendwann habe ich so gesagt, so, so, das sieht aus wie Andrew Garfield, äh, warte mal, spielt der nicht da mit? Und dann, oh ja, oh Gott, das ist der. Also, das, das funktioniert einfach wirklich, wirklich gut und wenn man so auch Andrew Garfield aus, ich sag's mal so, aus anderen Filmen kennt, irgendwie so ein Schalk im Nacken und auch immer wieder mal so ein, äh, Smile und sowas drauf, äh, man merkt einfach nicht, dass, ähm, dass, dass er das ist und das ist super gut gespielt und das, äh, bringt dann natürlich auch ne, äh, ne ziemliche, äh, Credibility, äh, rüber und, äh, was ich da neben eben dem Rhein, ja, es gibt da so zwei, ähm, Personen, die da dann großes Broadcasting-Network aufziehen und damit erfolgreich sind und dann möglicherweise auch, äh, weit abstürzen. Was ich da sehr, sehr faszinierend fand schon war, äh, was man alles so mit Gott, also gerade früher so mit Gott alles erklären kann, ja. Also, ähm, ja, Gott wird das alles schon richtig machen und Gott hat uns da eine, äh, eine, eine Richtung vorgegeben und zack, alle Gottesgläubig und ja, hm, wenn Gott das sagt und ich ja, der Priester hat jetzt ja auch gesagt, das wird so werden und dann alles wird mit Gott begründet und da merkt man schon sehr früh in diesem Film, wie skrupellos das eigentlich alles ausgenutzt wird und das, ähm, hat für mich dann auch so eine Faszination, so einen Reiz ausgemacht, da dann zu gucken, wie weit kann man's treiben, wie weit, äh, treiben die es guten Gewissens, die beiden und wann kollabiert das einfach alles, dass man eben nicht alles damit begründen kann, ja, äh, mit Gottes Segen wird das funktionieren oder Gott hat mir gesagt, dass das die richtige Entscheidung ist und alle, ja, wenn Gott das sagt, uh, hm, ja, also das, äh, fand ich dann doch schon, äh, ziemlich, ziemlich gut. Ja, ist so ein Film, also, ich hab euch nicht mitgerissen, ich merk schon, nee. Nee. Ja, also, werde ich wohl nicht gucken, ist auch so ein Film, glaub ich, wenn der jetzt raus ist einmal und aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist, dann ist er auch vergessen, glaub ich. Vermutlich. So leid es mir tut, so arrogant sich das anhört. Aber es ist so ein Film wie hier, wie diese Michael Douglas Nummer mit Liberace. Weißt du, fanden alle geil, kam raus, also go, oh, Michael Douglas, Liberace, krass. Und jetzt ist so ein Film, erinnert sich halt gar keiner mehr dran. Ja. Ja. Ich muss noch kurz korrigieren, eine Sache, die ich jetzt gerade, äh, auch in der Zusammenfassung falsch gemacht habe, Tammy Faye war nicht angeklagt wegen Kommunistin und so etwas. Das ist wiederum ein anderer Film, Being the Ricardos, da kam das her. High Denyung, die ganzen Oscar-Filme. Boah, Phil, halt bitte deine Filme auseinander. Echt, echt. Oh, Mann, Mann. High Denyung, nein, es war wirklich am Ende nur, äh, Skandal für irgendwie Veruntreuung von irgendwelchen Geldern, Spendengeldern und sowas, die den das Genick gebrochen hat. Am Ende, The Rise and the Fall of Television Preachers. Mhm. Hat aber wirklich, aber ich bin vollkommen bei dir, äh, der, man wird nicht lange und viel darüber sprechen, aber es ist wirklich ein Film, der sich, äh, lohnt auch mal, äh, zu schauen. Gibt es bei Disney Plus auch da jetzt im, im, ähm, im kostenlosen Streaming, äh, kann man aber auch an verschiedenen anderen Streaming-Services sich leihen, wenn man möchte. Ähm, lohnt sich. Macht Spaß, ist aber jetzt nichts, was dann, wie gesagt, in fünf Jahren noch, äh, en vogue sein wird. Mhm. Gut. Wollen wir kurz Speedround machen? Ja, hier. Oder? Ja, Speedround und dann haben wir noch, äh, zwei Filme. Dann haben wir noch zwei Filme. Jawoll, Speedrounden wir. Na gut, pass auf. Hast du die Ente dabei? Ohne Ente geht das nicht. Ich, natürlich habe ich die Ente dabei. Was glaubst du denn? Ich habe schon gemerkt, wie die Speedround letzte Sendung richtig abgestunken hat. Voll verkommen. Es war, es war nix. Nix war das. So, pass auf. Okay, Ente, alles klar. Keine Konsequenz drin, keine Konsequenz, ey. Auf beiden Seiten letztes Mal. Wir brauchen einfach deine Ente und deine starke Hand, die uns jetzt hier durch die Speedround leitet. Okay. Ja, ja, ja. Nee, so, 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 so machen wir es. Ähm, pass auf, ich muss nur ganz kurz meinen Film hier mir ergoogeln. Was habe ich eigentlich gesehen? Ich weiß es gerade gerade selber nicht. Nee, nee, ich wollte nur kurz die IMDb-Page aufhaben. Vielleicht ist da noch irgendwas drin, was mich ähm... Klüger darstellen lässt als dann. Klüger darstellen lässt und an bestimmte Dinge noch erinnert. Ähm, ja, legen wir einfach mal los, ne? Drei, zwei, eins, auf geht's. Ich habe West Side Story geguckt. Und zwar nicht den neuen West Side Story von Steven Spielberg, sondern den alten West Side Story von 1961 äh, von der Regie von Jerome Robbins und Robert Wise. Und ist ein Musical, was ist hier eigentlich los? Echt? Und, ähm, handelt von so Gangs, ja, irgendwie die, die Ami-Boys gegen die Puerto Rican-Boys oder Kubanische oder Puertorikaner sind's, ne? Puerto Rico. Genau, Puerto Ricanische Gang und so und dann natürlich, es kommt, wie es kommen muss, verliebt sich einer der Ami-Boys in eins der Puerto Rico-Mädels und das geht natürlich alles gar nicht. Mord und Totschlag, Blut fließt, Gedärme fliegen. Ja. Ja, war nicht schlecht, hat mich zwischendurch ein bisschen verloren, aber eigentlich ganz cool, so in seiner Konsequenz, wie das so 60er-Jahre-mäßig alles irgendwie umgesetzt ist. Sehr viele bekannte Songs drin, äh, ja, kann man machen, fand's nicht schlecht. Hast du auch die Jetzt-Zeit-Verfilmung schon gesehen? Ne. Tatsächlich war's nämlich so, wir haben eigentlich die Jetzt-Verfilmung angefangen zu gucken und dann nach fünf Minuten dachte ich aber so, das ist total witzlos. Also, das ist total witzlos, jetzt diesen Spielberg-Film zu gucken, wenn ich nicht weiß, was Spielberg hier eigentlich gerade selber erfunden hat und was eigentlich nur ein 1 zu 1 Frame-for-Frame-Remake ist. Also, ich hatte sozusagen, mir hat die Bewertungsgrundlage so ein bisschen gefehlt und, ähm, und dann haben wir's abgebrochen und haben dann den alten West Side Story geguckt. Okay. Klingt fair. Ja, das heißt, der Neue kommt dann eventuell noch. Okay. Und eine Sache, die ich noch anmerken wollte, auch zu dem Regisseur, Robert Wise, äh, der hat ja Star Trek The Motion Picture gemacht und das find ich so krass, weil das so diametral unterschiedliche Filme sind, ähm, find ich, also, find ich echt krass. Also, der hat so so Musicals gemacht, irgendwie, West Side Story und Sound of Music und dann so Sachen wie The Andromeda Strain und Star Trek The Motion Picture und du denkst dir so, alles klar. Also, da hat er, da hat er auf jeden Fall irgendwie so ein Shift hingelegt, irgendwie spät, späte 60er, späte 70er. Ja, komischer. Wobei man sich ja William Shatner gut in einem Musical vorstellen kann, ne? Voll. Trashy. Hätte ich, voll. Er hätte, hätte er mehr machen müssen eigentlich, ja, stimmt. Star Trek The Musical, wer weiß. Ja, genau, Star Trek The Musical, genau. Ist ja jetzt nicht gerade erst 91 geworden. Ja, du, Deepfake wird's richten irgendwann. Ah, okay. Vielleicht haben wir irgendwann auch mal ein William Shatner Musical, ja. Ja, das sah zu. Ähm, Andi, willst du deinen nächsten Ding machen, dann wechseln wir uns heute mal ab? Ja, kann ich machen. Ja. Oh, fast, fast. So, fast wie so ein Rap-Battle jetzt, ja. Jetzt erst Micha und jetzt spittet's der Andi. Ich bin gespannt hier. Oh, boy. Ja, ja. So, dann spitte mal los. So, ich habe mir Derek angeguckt. Eine Serie von und mit Ricky Gervais in der Hauptrolle. Ähm, quasi der Vorgänger von Afterlife. Hier spielt er Derek, ein Mann, gerade mal Anfang 50, der vermute ich mal im Spektrum lebt und in einem Altersheim lebt, beziehungsweise dort auch arbeitet. Das heißt, er ist leicht autistisch und hat einen knallharten Drang zur Offenheit und Ehrlichkeit und ist ein herzensguter Mensch und wir beobachten ihn hier, wie er mit den verschiedenen Leuten dort interagiert, wie er da im Pflegeheim lebt und das ist, man kann schon erkennen, so, die Vorseeläufer-Serie von Afterlife geht einem auch schon so ein bisschen ans Herz, ist aber nicht ganz so super duper gemacht, aber auf alle Fälle kann man die ganz nett mal durchgucken. Kann man gut wegsnacken, sind zwei Staffeln mit jeweils sechs oder sieben Folgen, einer halben Stunde, also kann man auch gut portionieren und wir haben es, glaube ich, in drei Tagen weggefressen. Da ist die Ente, hörst du sie? Ja, hast du ein bisschen in die Ecke geschmissen, die gute. Ja, ich habe die gerade zur Seite gelegt, aber ich bin echt gut, also das war maximal zwei Sekunden Differenz, sogar. Ja, hast du nicht einen Timer selber laufen? Nee. Krass, Andi, ey. Der Andi, spittet hier wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk. Apropos Schweizer Uhrwerk, hat mein nächster Film nämlich nichts zu tun, kommt nämlich aus Österreich. Okay. Jetzt geht's los. Genau, aber ist auch Speedrun, deswegen fange ich mal an. Ich habe geschaut, den Film Große Freiheit ist ein österreichischer Film von Sebastian Meise in den Hauptrollen mit Franz Rogowski und Georg Friedrich, da habe ich dich direkt. Und ist ein homosexuelles Knastdrama, das anfängt nach sozusagen nach irgendwie der Befreiung der Ausschützer, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg und folgt den Spuren von Franz Rogowski, wie er sozusagen in den Fünfzigern, Sechzigern bis in die Siebziger oder sogar in die Achtziger hinein geht der Film, glaube ich, oder in den späten Siebziger, wie er im Knast sitzt, weil Homosexualität nach Paragraph 1975 unter Strafe steht und sich anfreundet eben mit seinem Zellengenossen oder anfreundet mehr noch als anfreundet natürlich mit seinem Zellengenossen Viktor, gespielt von Georg Friedrich. Was für ein Film. Das ist, glaube ich, der größte Cliffhanger in der Speedrun, den wir je mitgemacht haben. Jetzt hast du natürlich darauf hingearbeitet. Ja, jetzt erzähl mal ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, na gut. Ja, also ich wollte mich nach dem Film würde ich mir echt so einen Backstein nehmen und mir den einfach fünf Minuten lang in die Fresse hauen. Also, uiuiui, was für ein anstrengender Film. Also, ist schon ein gutes Thema und so und ich wüsste auch nicht, dass ich mal einen Film gesehen hätte, der das Thema irgendwie behandelt. Wie Leute halt einfach, weil es halt so ein Gesetz gibt, dann einfach im Knast landen und sozusagen zusammen mit richtigen Kriminellen da irgendwie der Freiheit berorbt werden. Aber der ist so so anstrengend der Film, so sperrig, das ist so richtig so deutschsprachiges Kunstkino mit langen Einstellungen. Andauernd wird genuschelt. Also, Georg Friedrich versteht man eh nicht mit seinem österreichischen Akzent und Franz Rogowski hat eine Hasenscharte und man sitzt so da und selbst als Muttersprachler fällt es einem echt schwer, da teilweise zu folgen, was eigentlich Sache ist. Und dann geht der halt volle zwei Stunden der Film und jede Szene ist eigentlich wirklich so ein Schlag in die Magengrube, wo man so denkt, okay, das ist wirklich alles ganz tragisch, alles ganz schrecklich, alles dreckig, dieser ganze Knast stinkt, ja, ist alles menschenverachtend und schlimm und und grausam und dann endet der Film halt auch noch in so kompletter Stille quasi, also über den Abspann läuft auch keine Musik und ja, ist wie gesagt nicht so der, also nicht so der Film, den man für ein Date sich ranholen sollte. Weswegen ich gerade oh cool gesagt habe, war nicht, weil Franz Rogowski geil. Ja, weil Franz Rogowski mitspielt, den ich ja nun wirklich begnadet finde, der mich nicht nur äußerlich auch so ein bisschen an Joachim Cortez erinnert, Joachim Phoenix. Genau, Joachim Phoenix erinnert, sondern weil ich gerade just vor ein paar Tagen beim Wortvogel eine Filmkritik gelesen habe zu dem Film Lucifer. Der handelt davon, dass er irgendwie abgeschieden mit seiner Mutter zusammen in den Bergen auf einer Alm lebt und gegen alle und jeden ist und kommt eigentlich zu dem gleichen Schluss wie du, ein Film, wo man rausgehen will und sich einen Backstein gegen den Kopf hauen will. Also es klang so ein bisschen, als wäre das so der österreichische Lars von Trier Film. Ja. Die Schlechtheit, die tiefen Abgründe der Menschheit, die Aussichtslosigkeit, Verzweiflung, Apathie, Agonie, alles in einem Film und deswegen, aber wäre das ja vielleicht der gute Nachfolgefilm für dich, wenn dich der hier schon so gut abgeholt hat. Der kam so gut an bei mir, da habe ich auf jeden Fall Bock, mich noch weiter in die Grube herabzulassen. Also empfehle ich dir Lucifer von Peter Brunner mit Franz Rogoff. Sehr gut. Sehr gut. Ja, warte, ich wollte noch was dazu sagen. Ja, also tatsächlich in dem Film gibt es auch sowas wie das Gute. Ja, es ist nicht alles, es ist nicht alles schlecht, aber schon das meiste auf jeden Fall. Also kann ich nicht, es ist ein guter Film, aber ich kann ihn nicht empfehlen. Bei aller Liebe nicht. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend gewesen, da durchzuhalten bei dem Film. Tour de Force. Ja, genau, ja, das ist, das beschreibt sehr gut, ja. Und beide spielen auch gut. Also ich meine, ich finde Rogoffski und Georg Friedrich finde ich beide mega geil und der Film ist auch irgendwie durchnominiert und hat keine Ahnung, was für Preise geworden irgendwie in Cannes und Athen und Hassel nicht gesehen und Chicago. Hier, ich gucke gerade, Alter, bei IMDb, Liste hört gar nicht auf. Ja, also hat wahnsinnig viel gewonnen. Ach, hat es jetzt nicht sogar auf der Viennale irgendwie, bester Film? Okay. Naja, ja, auf jeden Fall. Also wer Rogoffski mag, vielleicht eher wieder Ficke Fuchs. Vielleicht lieber Ficke Fuchs, ja, der ist wenigstens ein bisschen unterhaltsam, ja. Ja, schwierig. Ein Film haben wir noch in der Streetwork, glaube ich. Ja. Eine Serie. Bei mir sind es eher Serien. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ich lerne es noch irgendwann. Ich lerne es noch irgendwann. Guck, ich habe heute hier auf dem Zettel einen Film und vier Serien. Ja, und dann auch noch, äh, was sollst du uns damit sagen? Ich finde das erschreckend, wo ich dann immer denke, meinet ihr, wie viel Zeit so eine Serie denn bindet, im Gegensatz zu einem Film, den du in zwei Stunden durchgeguckt hast? Der kann, der kann, ne? Ja, und dann habe ich ja auch noch Serien, die sind noch nicht mal aufgetaucht hier, die ich auch noch gucke. Also, wobei, ich bin süchtig. Wobei, wobei da mal kurz angemerkt, gerade heute kam von, äh, Walulis, ähm, ein YouTube-Video raus. Walulis ist ja einer, der gerne sich mal der ganzen Medien Themen annimmt und da auch mal tagesaktuelle Themen aufgreift, aber, ähm, auch, äh, immer so sogenannte Storys macht und so ein bisschen Background, äh, zu bestimmten Medienthemen liefert. Und gerade heute kam ein Video raus, äh, so von wegen, werden Filme immer länger? Also, werden Filme im Kino immer länger? Und, äh, die haben da mal so ein paar Zahlen zusammengeworfen und, äh, stating the obvious, ja, natürlich werden Filme immer länger. In den letzten 10 bis 15 Jahren sind die knapp eine Stunde länger geworden und, ähm, so die Top Ten, äh, also die, die Filme, die am meisten Geld, äh, so zum Beispiel in 2021 eingebracht haben, sind im Durchschnitt über zwei Stunden lang. Wenn wir uns hier, keine Ahnung, The Batman anschauen oder hier, äh, den, den neuesten Spider-Man und sowas, The Batman geht fast drei Stunden, der neue Spider-Man geht, äh, knapp zweieinhalb, also es ist, also zwei Stunden Film gucken ist nicht mehr, Andi, du musst da schon mehr Zeit investieren. Walulis geht da so ein bisschen drauf ein, warum das so alles ist, lohnt sich auf jeden Fall sowieso den Kanal zu abonnieren, schaut einfach mal bei Walulis vorbei. So, zu dir, Andi. Zu mir? Ja, du sagtest, ja, ja, so von wegen drei Stunden Filme muss man sich, oder drei Stunden muss man sich schon nehmen, um so einen Film zu gucken. Genau, richtig. Nee, ich meinte hier Justice League zum Beispiel, der ist mir aufgefallen, dachte ich, oh Mensch, cool, Justice League, den können wir ja auch mal gucken, stellt sich raus, Alter, der geht vier Stunden, ey, hallo? Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, eine Serie gucke ich ja auch. Die gucke ich auch zügig durch, meistens. Ja, aber da hat man irgendwie mehr das Gefühl, man kann sich das portionieren, so bei vier Stunden, das ist dann wirklich das Commitment, da hast du dann die Fußfessel dran und dann heißt es so, jetzt erst mal vier Stunden geradeaus gucken. Da bräuchte man dann schon wieder diese, wie hieß die damals, diese App, die ist damals fürs Kino, genau, genau, Run-P, dass man immer genau weiß, wo macht man denn jetzt hier am sinnvollsten mal einen Break, dass man sagt, okay, komm, den Rest gucken wir dann morgen zu Ende. Nee, Run-P hat sich darauf spezialisiert, uninteressante Szenen herauszukramen, damit du dann im Kino einfach, ja, auf Toilette rennen kannst, weil die nächsten drei bis vier Minuten einfach schlichtweg nichts passiert. Ja, du kommst ja auch gleich heraus. App für Filmhasser. Ja, App für Konformantenblasen halt, ne? Genau. Na gut, nächstes Speedround. So. Los geht's. Jo, ich hab die zweite Staffel von Upload geguckt und ich fand die gar nicht mal so super wie die erste Staffel. Geht ja grundsätzlich darum, dass Menschen nach dem Tod in eine Datencloud hochgeladen werden können und je nachdem, wie gut sie dafür im Voraus bezahlt haben, sind sie dann in einer tollen Cloud oder eher in einer Ghetto-Cloud. Und in der zweiten Staffel geht's dann auch wieder darum, zu klären, wer hat denn eigentlich den guten Hauptdarsteller damals umgebracht. Und irgendwie, fand ich, ich hatte die zweite Staffel nicht mehr so die Leichtigkeit und Lustigkeit der ersten Staffel. Es ging eher so um Problembewältigung und es stand nicht mehr so der Spaß im Vordergrund, irgendwie aus den heutigen Trends, die es denn so gibt, irgendwelche pfiffigen Future-Trends zu machen. Beispielsweise, dass man halt, ne, sich da verschiedene Clouds einwählen kann, je nachdem, wie viel man denn bereit ist zu zahlen. Also mich hat die zweite Staffel nicht abgeholt und auf eine dritte würde ich, glaube ich, angesichts des großen Potpourri's an Serien, die man sonst so hat, auch verzichten. Alter, wieder? Boah. Ja, ja, wirklich. Ich bin gut. Andi, ne, Timing liegt dir echt im Blut, ey. Ja, kein Scheiß. Ja, solltest du zum Radio gehen oder so? Solltest du einen Podcast machen? Ne, ich kann nicht so gute Überleitung fehlen. Ah, ja, stimmt. Mit dir kann ich da nicht konkurrieren. Oh, jetzt werd ich ein bisschen rot. Tja. Ja, ich hab tatsächlich, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, hattet dich ja ein bisschen heiß gemacht. Es tut mir leid, dass ich dich darauf heiß gemacht habe. Ich hab seitdem nicht mehr weiter geguckt, hab da dann tatsächlich doch eine Episode, die fand ich noch ganz okay, aber ich verstehe das, was du meinst im Sinne von, ja, war ein bisschen, also war ernster und nicht mehr so leicht. Ich hatte halt die Hoffnung, dass es noch ein bisschen lockerer wird, aber okay. Schade. Wieder einmal so ein bisschen totgespielt. Apropos totgespielt. Wollte grad sagen, wer sowas will in die Richtung, dass auch in so eine fiktive Welt geht, der sollte dann vielleicht besser The Good Place gucken. Ich glaub, da hat man mehr von. Das hat Michael ja seinerzeit. Ja, ja. In höchsten Tönen. Das stimmt. The Good Place. Durchaus eine Empfehlung. Hast du schon geguckt, Andi? Auch eine Empfehlung ist folgender Film. Ja. Nee, Andi, hast du The Good Place schon gesehen? Ich hab, glaub ich, zehn Folgen geguckt. Dann sind wir ausgestiegen. Ah ja. Also ich fand's auch grundsätzlich gut, aber raw. Nee, guck mal weiter. Du guckst auch so viele Serien. Ah, gut, okay. Guck mal weiter. Ja, ja, ja. Aber da sind wir genau bei diesem Aspekt, der sich mir einfach nicht erschließt. Wenn ich da zehn Folgen gucke. Also, wie lange geht eine Episode von The Good Place? Roundabout, halbe Stunde, 40 Minuten? Ja, halbe Stunde. So, genau. Dann guck ich zehn Episoden. Äh, dann sind, hab ich also 300 Minuten damit, ähm, also, wenn ich grad richtig rechne, fünf Stunden mit einer Serie verbracht, die, oder mit einem Inhalt, der nicht, den ich nicht als abgeschlossen wahrnehme, aber, aber zugleich auch sage, nee, das gefällt mir nicht, ich brech jetzt ab. Also, bei mir persönlich schmerzt das, in Anführungsstrichen, ich sag, scheiße, diese fünf Stunden sind jetzt quasi weggeschmissen. Du bist so einer, der dann, wenn er im Casino verliert, dann immer mehr Geld reinbrotert, ne? Von wegen so. Scheiße, also jetzt hab ich schon so viel reingesteckt, jetzt muss ich noch mehr reinstecken. Nee, da sag ich einfach mal ganz großkotzig, komm du mal in mein Alter. Ne, in meinem Alter muss man sich die Zeit schon so ein bisschen einteilen. Wenn ich gemerkt habe, dass es irgendwie zehn Folgen lang nicht gut ist, dann sag ich mir, gut, dann muss ich die anderen zehn Folgen nicht auch noch gucken, in der Hoffnung, dass sie vielleicht halbwegs gut werden. Da sag ich, komm, scheiß darauf, mir egal, wie die Story ausgeht, ich guck lieber was, was ich wirklich gucken will. Du missverstehst mich. Es geht nicht darum, dass ich dich anpaule und sage, du hättest, du hättest, du hättest das jetzt bis zum Ende gucken müssen, sondern, sondern, oh Gott, oh Gott, Michael, Alter. Es kam nicht als ein Paul drüber. Braucht eine Weile, aber das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Aber, sondern tatsächlich ist das für mich eine der Begründungen, weswegen ich halt ungern Serien gucke, weil dann habe ich mich einmal darauf committet und dann sind vielleicht die ersten zwei, drei Episoden so, dass ich sage, ja, kannst du weitermachen und dann stellst du zur Mitte fest, nee, doch, kacke. Und dann hast du damit Abende verbraten. Und deswegen gucke ich mir lieber einen Film an und dann kommitte ich mich auf den vielleicht auch auf drei Stunden, aber dann kann ich sagen, so, ich habe das jetzt durch und da ist eine Klammer drum und jetzt gehe ich raus und fand es gut oder fand es scheiße. Aber für mich fühlt es sich nicht gut an, da dann am Ende sagen zu müssen, okay, für mich selber, für mich ganz selber sagen zu müssen, ich habe da jetzt, keine Ahnung, eine ganze Woche jeden Abend mir das angeguckt und damit meine sowieso geringe Freizeit irgendwie damit verbracht und am Ende habe ich es abgebrochen, weil ich es dann doch nicht gut fand. Ja, manche Serien kannst du ja auch einfach abbrechen. Ich sage mal, wenn ich jetzt anfange, die Simpsons zu gucken und dann merke ich so nach zehn Folgen, das gefällt mir ja gar nicht und dann aufhöre, da hast du ja nicht dieses Gefühl, verdammte Scheiße, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, ich will wissen, wie es ausgeht und genauso war es für mich bei The Good Place. Also ich fand die Serie bis dahin ganz gut, ganz witzig, habe auch ein paar Mal ganz gut gelacht, aber hatte jetzt auch nicht so diesen Zwang, oh, ich muss sie jetzt wirklich bis zu Ende gucken. Aber warte, hast du die erste Staffel, hast du die erste Staffel komplett geschaut? Nee, nicht komplett. Ah. Okay, gut, alles klar, ich fänge mich dann nochmal rein. Ja, ja, warte mal. Aber sowas wie Scrubs beispielsweise, wenn du jetzt das guckst und merkst, ach nee, hier so eine Krankenhausserie, das ist jetzt nichts für mich, da kannst du ja fünf Folgen lang deinen Spaß dran gehabt haben, aber du wirst ja jetzt nicht schier verzweifeln, weil du denkst, oh mein Gott, ich muss jetzt wissen, wie das dann nach acht Staffeln ausgeht. Nee, aber sowohl Scrubs als auch Simpsons oder sonst etwas, die haben vielleicht einen ganz, ganz übergreifenden Roten, oder Black Mirror ist auch sowas, also das sind alles geschlossene Episoden in sich, möglicherweise haben die vielleicht einen ganz, ganz übergreifenden roten Faden, Black Mirror weniger, aber Futurama, Simpsons und Scrubs, so, da tut tatsächlich jetzt nicht so überkrass weh, aber die meisten Serien, die man ja heute so konsumiert, sind ja dann doch eine große, lange Geschichte, die einfach dann zwar innerhalb ihren einzelnen Episoden Mini-Stories erzählen, aber im Grunde geht es darum, die große Story voranzutreiben und dort Probleme zwischen den Charakteren zu thematisieren, die dann dort eben über weitere Episoden ausgewalzt werden, vielleicht nochmal mit Nebencharakteren und Nebenstories, Flashbacks und sowas unterstrichen werden, gefüttert werden, das ist ja was ganz anderes als ein, ich hab hier mal einen Scrubs und hab halt jetzt heute mal die Episode, wo dann eben der Patient kurz vorm Sterben ist und dann wird er gerettet und dann hab ich vielleicht eine Episode, wo die eine Party machen und dann ist das halt auch zu Ende, würde ich schon unterscheiden wollen. Aber dann könnte ich natürlich auch sagen, okay, ich guck mir vielleicht von der Serie zwei Folgen an, weil ich denke, okay, Pilot war noch nicht so gut, zweite Folge auch nicht so gut, dann hab ich vielleicht eine Stunde oder 90 Minuten versenkt und denke mir dann, ja Mist, und du hast in der Zeit dann Old geguckt. Dann denke ich mir, ja, kommt aufs Gleiche raus, auch versenkte Zeit, also das Argument zieht nicht wirklich. Apropos versenkte Zeit, was auch gerade versenkte Zeit ist, ist diese Diskussion. Aber ich find's ganz spannend. Ja, geht so, geht so. Ja, Serien sind was anderes als Filme. Also, ja, haben wir es. Ja. Ja, Totschlag-Augument. Ja, toll, dann mach doch weiter, Micha. Ja, mach ich jetzt auch, mach ich jetzt auch. Ja, man muss einfach mal klarkommen damit, dass Serien halt was anderes sind als Filme. Ich komm damit aber nicht klar. Ja, offensichtlich. Ja, mach's weg. Mach's damit, ich damit klarkomme. Okay, worauf ich nicht klarkomme, im Übrigen, ist, dass Lily Collins die Tochter ist von, von wem ist Lily Collins, von Phil Collins, das hat mir neulich jemand erzählt und ich dachte, ich komm nicht klar drauf. Say what? Ich hab das nicht, ja, ich hab das nicht gewusst. Und Lily Collins ist die Tochter von Woody Allen. Bullshit. Nein. Aber nee, Lily Collins ist die Tochter von Phil Collins. No shit. No shit. Emily in Paris ist die Tochter von. Nein, Mensch, applaus, applaus. Ja, ja, wirklich. Auf jeden Fall, Lily Collins spielt mit in dem Film, den ich heute mitgebracht hab für euch, und zwar Windfall. Das spielt auch mit Jason Siegel, Sohn von seinem Vater, und Jesse Plemons. Von Steven Siegel. Nee, von hier. Russischer Staatsbürger übrigens, hab ich heute gelernt. Ach, ehrlich? Ja, ein guter Freund von Herrn Putin, genau wie Gérard Depardieu. Ah ja, ja, da kreilt sich wirklich die Besten. Um hier mal so ein bisschen Tagespolitik reinzubringen. Ja, sehr gut. Naja, auf jeden Fall spielen Jesse Plemons, Jason Siegel und Lily Collins zusammen in einem Film unter dem Titel Windfall. Der Film ist zu sehen bei Netflix und ist der neue Film von Charlie McDowell, der auch zwei andere Filme gemacht hat, von denen ich einen sehr gut fand und einen nicht so gut, nämlich The One I Love. Den fand ich sehr gut. Den gab's vor drei Jahren oder so bei Netflix. Und dann gab's noch einen anderen Film, The Discovery, ebenfalls mit Jason Siegel, der irgendwie was zu tun hatte mit dem Leben nach dem Tod, Gedanken, Anzapfen, irgendwas. Was, ich fand den nicht so prall. Ja, der war strange. Genau, aber The One I Love war sehr gut. So, dementsprechend gibt's jetzt diesen neuen Film von Charlie McDowell, Windfall, und handelt von so einem Pärchen, das hat irgendwie in, keine Ahnung, Kalifornien irgendwo, so ein Sommerhaus. Die fahren da hin, chillen da ein bisschen und so und werden aber, oder bei ihrer Ankunft merken sie, dass sie gerade ausgeraubt werden von einem Einbrecher oder gespielt von Jason Siegel. Und der ganze Film ist so eine Art Kammerspiel, also weil der spielt eigentlich fast ausschließlich in diesem Haus, zwischen diesen drei Charakteren. Da gibt's dann noch einen anderen Charakter, der dann später noch dazukommt. Ähm, ja, und da wird quasi dann so verhandelt, okay, was soll das hier eigentlich alles? Also warum werden wir jetzt hier eigentlich ausgeraubt? Äh, warum wir, warum nicht wer anders? Gibt's da vielleicht irgendeine Verflechtung oder gibt's da keine? Man weiß es nicht. Ähm, und der ist ganz okay, der Film. Also... Ja, aber jetzt mal, jetzt mal, äh, wie soll ich mir das vorstellen? Jason Siegel kommt da, will da ausrauben und dann kommt der, äh, Lilly, äh, Collins und Jesse, äh, Plemons da und sagen, ach, guten Tag, komm mal an den Tisch. Und jetzt lass mal reden. Warum denn jetzt genau wir und was möchtest du denn? Und welche Verstrickung gibt's denn? Erzähl doch mal. Willst du noch einen Keks dazu? Nein, also jetzt mal ganz ernsthaft, also wenn da jemand was stehlen möchte, dann, dann, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt ein Film von, wie lange geht der? Zwei Stunden? Ja, eine Stunde dreißig. Neunzig, neunzig Minuten. Ja, schöne neunzig Minuten. Zum Thema von wegen Filme werden immer länger. Äh, äh. Äh, äh. Ja, 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 in deinen Asch rein. Ähm, das, also, wie? Erklär mir bitte einmal kurz wie. Wie, äh, Pistole. So. Ja, es steht da also Jason Siegel und hält neunzig Minuten lang die Pistole in der Fresse. Ja, ne, 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 so einfach ist es nicht. Also das ist schon relativ abgeschieden dort. Ähm, und die kommen da halt rein und überraschen Jason Siegel quasi. Und er nimmt die beiden sozusagen als Geisel. Okay. Sagt, wenn ihr jetzt hier irgendwas Dummes macht, dann knallt's. Okay. Aber ordentlich. Gut, dann, dann, dann hab ich verstanden. Und dann sagen die, okay, warum, was willst du denn? Was willst du denn? Dann sagt er, ich hätt gern 100.000 Dollar. Und dann lacht Jesse, plämmt sich noch so, sagst du, so robbt man doch niemanden aus. Mach 500.000. Also, so, aber verpiss dich da noch bitte. So, ähm, also ja, ganz, ganz witzige, ähm, ja, ganz witzige Verstrickung eigentlich. Ist aber auch keine Komöde, sondern, sondern ist schon straight gespielt, so als so eine Art Thriller, Drama, so. Ähm, ja, ich will da nicht zu viel verraten, ne. Aber ich fand ihn nicht schlecht. Er ist nicht, er ist nicht mega geil, aber, ähm, ich fand ihn schon ganz gut. Vor allem, weil Jesse Plemons natürlich auch gerade auf so einer Welle der Euphorie irgendwie unterwegs ist. Und spielt das auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Jason Siegel als Kidnapper und Räuber fand ich so ein bisschen fehlbesetzt fast schon. Ähm, weil irgendwie hatte man so das Gefühl, er will das so. Er will so diesen bösen Schurken irgendwie spielen. Und hat da so viel Energie so investiert, irgendwie diese Rolle zu spielen. Wohingegen Jesse Plemons einfach mit so einer, ja, fast schon mit so einer Lustlosigkeit da ankommt. Und man so das Gefühl hat, ach, das funktioniert irgendwie besser. Ähm, allerdings muss ich sagen, Ich werfe dem Film eine ganz große Sache vor, nämlich die, das Ende und die Auflösung der ganzen Nummer. Da denke ich mir so, nee, sorry, da habt ihr mich verloren. Das geht, das geht so gar nicht, was ihr da gerade gemacht habt. Ähm, was ganz komisch ist, weil Achterbahn der Gefühle, weil es gibt nämlich eine, eine Zeile, die, äh, Jason Siegels Charakter Lily Collins an den Kopf wirft. Und die sitzt so hart, also das ist wirklich so ein Schlag in die Fresse. Ähm, und unterwandert auch so ein bisschen so diese Idee, die man hat, wie Charaktere sich in einem Film entwickeln und so. Und dann merkst du, nee, hier wird einfach auf so ein Klischee einfach mal voll, volle Pulle mit Anlauf drauf geschissen. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, war das Ende dann so, ja, ging für mich nicht klar, ähm, was der Film dann eigentlich ausdrücken wollte, so. Ähm, ja. Ich will nicht, ich will, wie gesagt, nicht zu sehr ins Detail gehen, weil, weil man dann sonst, ja, Rückschlüsse ziehen kann oder dann heult Andi, weil es gespoilert. Ja, ja, man kennt das. Genau, man kennt das, genau. Wobei er hat ja bei EMDB nur 5, schlag mich tot, also. Eben, genau, also er ist jetzt nicht mega geil, wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht, was hab ich ihm gegeben, 6, 6 von 10 oder so, ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, Charlie McDowell wollte so ein bisschen seinen eigenen Hitchcock-Film machen, so ein bisschen. Also auch wie der, wie die Titel so anfangen und wie die Musik so gesetzt ist in dem Film am Anfang. Er hat dann so, ah, ja, okay, verstehe, das soll so ein Hitchcock-Kammerspiel sein. Ja, kann man machen. Also das Drehbuch ist ganz, ist ganz pfiffig eigentlich, aber, ähm, hat mich dann am Ende leider mit seiner Auflösung ein bisschen enttäuscht. Mhm. Beziehungsweise fast schon enttäuscht. Eigentlich wütend gemacht, weil ich so dachte, euer Ernst, ja, ja, das geht gar nicht, was ihr hier macht. Aber jetzt, jetzt Bottomline macht die, macht der, macht das Ende das so kaputt, dass du jetzt sagst, nee, das geht gar nicht? Oder würdest du sagen, oh, kann man sich mal angucken und halt ein beschissenes Ende? Ja, ja, genau, also ich fand, also mich hat der Film schon ganz gut unterhalten, die meiste Zeit über, aber das Ende war dann so, wo ich so dachte, hm, weiß nicht, ob ich da so d'accord gehe mit, aber, okay. Okay, ja. Ja, nee, weil, weil Kammerspiele können ihren Reiz haben. Ja, ja, ja. Und von daher. Ja, Windfall heißt der, wie gesagt. Seit 18. März auf Netflix zu sehen. Ja, auch brandneu. Quasi, noch, noch, noch warm der Celluloid-Streifen. Das, das WLAN-Kabel glüht noch. Ja. Cool. Ja, dann sind wir durch. Nee, 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 nee. Ich hab hier noch eine Serie geguckt, wo ich auch dachte, Mensch, die ist ja brandfrisch, stellt sich raus. Nee, die ist schon ein gutes Jahr. Von 1978. Nee, die ist schon ein gutes Jahr alt, ist bei Amazon Prime schon seit April letzten Jahres drauf. Und wir haben sie jetzt geguckt, und zwar die Serie Them. Mhm. Nie was so gehört. Also die da, ne, quasi. Ähm, der Titel lehnt schon so ein bisschen an, an Jordan Peele's Us. Und ich nehme an, das hat auch irgendwie einen gewissen Bezug, denn auch vom Thematischen her geht's auch in eine ähnliche Richtung. Und zwar Hauptthema ist hier Rassismus und ein ordentlicher Hauch Mystery. Das Ganze spielt 1953, also die goldenen Jahre, wie man das so kennt in den USA. Tolle Autos, Petticoats, hoch tupierte Frisuren. Und in den schönen weißen Stadtteil Compton von Los Angeles zieht eine schwarze Familie, Mann und Frau, mit zwei Töchtern. Und das mögen die ganzen Nachbarn ja so gar nicht. Ne, weil sie natürlich vermuten, es wird Kriminelle geben. Wenn nur eine Familie kommt, dann kommen die nächsten gleich her und die Grundstückspreise gehen runter. Und dann sind wir ja alle in Sodom und Gomorra, müssen alle sterben und fallen hier dem totalen Debakel anheim. Das heißt, die Familie wird vom ersten Tag an komplett angefeindet und muss dann auch noch feststellen, dass alle, die in diesem neuen Haus da jetzt wohnen, auch irgendwelche Visionen kriegen. Irgendwelche Wahnvorstellungen oder nicht wissen, ob irgendetwas real ist oder ob es nicht real ist. Und das Ganze fand ich sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Also allein die allererste Szene, so viel kann man sicherlich verraten, man sieht ein Haus total abgeschieden gelegen, in dem die schwarze Frau ihr kleines Baby gerade füttern will. Und auf einmal steht so eine White Trash Frau vor der Tür und sagt, es ist ein schöner Tag heute. Und ich möchte, sie haben ja ein schönes Baby da am Tisch sitzen. Und du merkst, oh, das ist eine Szene, die geht nicht gut aus. Und die hat mich persönlich sehr stark an dieses beklemmende Gefühl von ausgeliefert sein in Nocturnal Animals erinnert. Da gab es ja auch so eine Szene auf dem Highway. Micha, ich höre schon, du erinnerst dich. Ja, ja. Die fand ich damals oberheftig und genau diesen gleichen fetten Kloß im Hals hatte ich in dieser ersten Szene, wo du weißt, da ist eine Frau mit ihrem kleinen Kind. Da kommt eine andere Frau, eine fremde Frau, die dann auch noch sagt, ich will jetzt dein Baby haben. Und du weißt, das Ganze geht nicht gut aus, weil das Haus wirklich am Arsch der Welt ist und keiner da, der ihr irgendwie helfen kann. Und das hat mich schon so richtig gefangen genommen. Und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung. Wir springen dann quasi in die Jetztzeit 1953 und da entwickelt sich das dann alles. Und wie es sich entwickelt, fand ich wirklich oberheftig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Anlehnung an Us ist aber auch wirklich dick aufgetragen. Nicht nur die Thematik. Ich habe mir gerade jetzt auch mal das Filmplakat angeguckt. Und auch dieser Schriftzug Them ist sehr, sehr ähnlich zu dem Schriftzug von Us. Also da hat man sich schon stark inspirieren lassen. Genau, man musste wirklich schon googeln, ist das vielleicht vom gleichen Macher? Da hatte ich auch zuerst gedacht, auch nach dem Film jetzt die Serie stellt sich raus. Nee, aber es geht in die gleiche Kerbe. Und ich fand, also mich hat es wirklich die ganzen acht Folgen komplett gefangen genommen. Und ich fand es auch gut, dass der Schwerpunkt eigentlich wirklich auf diesem Rassismus lag. Dass du wirklich siehst, wie diese Menschen mit dem Rassismus konfrontiert sind. Man muss dazu sagen, dass der schwarze Mann auch ein Ingenieur gewesen ist, der in einer Flugzeugfirma gearbeitet hat. Also jetzt nicht gerade so Working Class, sondern wirklich auch so einer, auf den die ganzen Nachbarn dann natürlich neidisch sind. Wo man sich dann denkt, ja, doof, dass da ein schwarzer Mann mehr erreicht hat als ihr. Und damit kommt ihr nicht klar. Und diese Bosartigkeit der Nachbarn, das ist schon heftig, heftig dargestellt. Auch ein paar sehr, ja, Szenen, die nicht gerade schön anzusehen sind. Gewaltexzesse, nicht unbedingt Gore, aber schon so, dass man denkt, kann man zeigen, muss man nicht. Ganz kurz auch noch zu der Ass-Geschichte. Also ja, ich glaube, das Marketing-Team hat da einfach sich gedacht, ach ja, das ist doch so ähnlich wie, und dann machen wir das mal so. Wobei thematisch die beiden Sachen ja nichts miteinander zu tun haben. Aber eine Parallele ist halt noch, dass auch das Mädchen aus Ass auch in der Serie mitspielt. Ach, siehst du, guck. Ja, da scheint es dann doch mehr Verdrahtung dazwischen zu geben. Muss ich auf alle Fälle sagen, dafür, dass man vielleicht erst mal denkt, oh, da haben sie einfach noch mal die Kuh melken wollen. Ganz schön platt hier noch mal mit dem gleichen Design quasi noch mal Werbung zu machen für irgendwas. Dafür fand ich es dann doch überraschend spannend. Also nicht so, wo man denkt, da haben sie sich nur hingesetzt und mal ein bisschen was zusammengekliert und dann gedreht. Sondern ich fand die Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Also die Darstellerleistung von allen auch durchweg gut. Dann gibt es da eine Vision, die der Mann hat. Und zwar ein Schwarzer, der auch noch geblackfaced ist. Das heißt, ein Schwarzer, der noch mit schwarzer Schuhcreme sein Gesicht noch mal extra schwarz gemalt hat. Und dann ganz breites Lachen mit einer ganz schönen Reihe Zähne hat. Und das super diabolisch. Also da hat es nicht echt gegruselt, wie ich glaube schon seit dem Joker nicht mehr. Sehr, sehr böse. Sehr, sehr böse. Echt eine Empfehlung. Amazon Prime, laut Wikipedia sogar zehn Episoden zwischen halber Stunde und 55 Minuten. Aber in sich geschlossen, oder was? In sich geschlossen, ja. Okay, also zweite Staffel ist nicht. Und was ich sehr cool fand, wo sowohl Michi als ich beide Angst hatten, dass der andere es vielleicht gerade nicht gut findet. Und zwar gibt es eine Folge, die komplett aus diesem ganzen Kontext rausgerissen ist, die in komplett schwarz-weiß ist und quasi die ganze Vorgeschichte zeigt. Und das auch wirklich hat mich sehr erinnert an das weiße Band. Also sehr morbide, sehr langsam erzählt, sehr viele Leute, die starr durch die Gegend gucken, böse gucken, hasserfüllt gucken. Also hat was mit mir gemacht, hat mich echt gut erreicht. Ja, vielen Dank. Das klingt, also tatsächlich, eigentlich müsste ich, auf der einen Seite meckere ich über so viele Serien, auf der anderen Seite sage ich, oh, das klingt immer so toll und interessant. Das wäre ich wahrscheinlich nie aufgelöst bekommen. Also, ja, das war's mit dieser Sendung. Dann haben wir nur noch einen letzten und gar nahezu den wichtigsten Punkt, nämlich die Danksagung an unsere Unterstützer. Man kann uns ja bei Patreon und bei Steady unterstützen oder auch per Paypal. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Shownotes und auf nerdtalk.de. Und wenn ihr da fleißig spendet, dann sneakt ihr euch mit einer kleinen Danksagung mindestens in diesen Podcast rein. Wenn man ein bisschen mehr spendet, darf man uns auch Fragen stellen. Die hatten wir ja zuletzt auch von der Lena beantwortet. Also guckt da gerne mal vorbei. Jeder Euro ist wirklich gern gesehen, damit wir hier auch weiter die Technik aufpimpen können, die Technik am Laufen halten können, Gewinnspiele machen können und so weiter. Und von daher, love right from my heart, direct to Fabio, Kriesel, Bernhard, Mirko, Christoph, Matthäus, Greenbow. Danke auch an Keilbahn, Salus, Andreas, an Lena, an Madin, an Patrick, an Leutnant, Verrannte, Captain Fabian, Salten of Swing, Stefalowski, Gattaka und Tomasch. Und ihr seid cool. Und auch ihr seid cool, egal ob ihr jetzt spendet oder nicht. Danke, dass ihr uns da fleißig zuhört und auch uns durch diese Sendung begleitet habt. Dankeschön. Dann verbleibt uns jetzt ja nur noch zu sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wir sind ganz gespannt. Wir werden wieder viele Filme und Serien für euch vorbereiten. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssing. Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Kombo, die heute Kopf hoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com. Bis zum nächsten Mal.